Que sera sera, was sein wird, wird sein, hieß es auch schon 1956 bei Alfred Hitchcock und Doris Day und nun auch in der finalen Folge der vierten Staffel Westworld. Etwas, das die Ungewissheit hier kaum besser beschreiben könnte, für die Figuren, für die Serie selbst und nicht zuletzt für uns Zuschauer. Viel Spaß bei diesem Podcast, bei dem wir trotz verkürztem Finale endlich die Zwei-Stunden-Marke gesprengt haben und auch dafür gilt wie immer, nicht nur wilde Freude, sondern auch wilde Neugierde nimmt hier schnell ein wildes Ende. Bringt euch bitte wieder online zur letzten Folge und damit auch zum letzten Recap, aber womöglich auch zum allerletzten der gesamten Serie. Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls sind wir immer noch zu dritt hier, zum einen ich, der Dom und der Christopher. Erfreuen wir uns vielleicht ein letztes Mal an der Schönheit dieser Welt. Ja, genau. Da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, inwiefern das hier zutreffend ist oder nicht. Und ebenfalls aus dem Urlaub zurück, der Paul. Hi. Hallo zusammen. Ja, schön, dich nochmal hier zu haben. Yay. Ich glaube, bei Folge 6 warst du noch dabei oder? 4 und 5 waren es. 4 und 5, genau. Dann hast du ja 6 und 7 nicht gesehen. Wie haben dir die so gemundet? Ich habe sie nicht geguckt, ich habe jetzt einfach das Finale. Echt? Nein, nein, nein. Ich habe die schon schön geguckt und ja, war jetzt nach, also wir hatten ja die fünfte Folge zusammen besprochen, die uns ja allen wirklich sehr gut gefallen hat. Nach, ja, nach Folge 5 waren es so, ging es wieder in Gang zurückgeschalten. Ich fand sie okay, bis in Ordnung oder gut. Und ja, wie sich das jetzt fortsetzte, das finden wir jetzt raus. Ja, ich stelle mir das tatsächlich auch echt amüsant vor, wenn du wirklich von Folge 5 zu Folge 8 gesprungen wärst. Also da hättest du dir, glaube ich, wirklich gedacht, was zur Hölle geht hier ab? Ja. Ja, da bin ich einmal nicht dabei und schon gerät alles außer Kontrolle. Ja, genau. Like what I've done with a place. Ja, ja. Das ist übrigens auch die offizielle Inhaltsangabe, die es ja schon letzte Woche gab, zu Que sera sera, wie das Finale ja heißt. Und ich muss gestehen, als ich das gelesen habe, war ich am überlegen, woher ich das kenne. Und es ist tatsächlich, ich weiß es nicht, Christopher, ist es wohl wirklich eine bewusste Anleihe aus dem Finale von Matrix Revolutions? Ich würde sagen, ja. Die Thematiken ähneln sich, die Waschowskis, äh, die Waschowskis sage ich schon, die Nolans haben einen großen Respekt vor dem Franchise. Über Jonathan weiß ich es nicht so genau, aber Christopher nannte Matrix auch mal als eine direkte Inspiration für Inception. Ja, was auch sonst. Ja, das versteht eigentlich soweit jeder. Ja, Lirum Larum. Und steht dieses Finale ins Haus? Wieder erwarten kommt es nur auf eine Laufzeit von 56 Minuten. Also weder 90 noch 75. Und das war für mich der erste Dämpfer, als ich heute den, äh, Stream gestartet habe. Das Ganze ist geschrieben von Jonathan Nolan, also dem Showrunner, aber auch Alison Schepka. Äh, die ist, ja, man könnte sagen, eigentlich, sie ist eine von uns. Die ist nämlich, glaub ich, ein ziemlich harter Cyberpunk. Nerd. Äh, die hat unter anderem an der Serie Altered Carbon mitgeschrieben, war wohl auch ziemlich zerknittert, äh, als die, äh, vorzeitig abgesetzt wurde. Wir heißen sie willkommen. Eine von uns, eine von uns. Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkneifen. Sie ist insofern eine von uns, weil, äh, die hat schon angekündigt und ich nehme an, äh, damit wird sie heute den Tag verbringen. Wenn die Staffel durch ist, hat sie nämlich sich gesporen, äh, den ganzen Tag nur auf Reddit zu verbringen und sämtliche Theorien durchzuforsten. Und deshalb ist sie zumindest von meinem Schlag. Ja gut, äh, von uns war jetzt vielleicht ein bisschen allgemein gesprochen. Ja, das Staffelfinale, was sich eher anfühlt, ja, also es ist ja, ich hatte es, glaub ich, in einer der vorherigen Aussagen festgemacht, an dem Beispiel Hannibal, wo man ja auch sowohl bei der zweiten als auch bei der dritten Staffel, ich glaub, Christopher, du hast sie gesehen, ne? Natürlich. Da hatte man ja tatsächlich das mit einkalkuliert, dass man eventuell frühzeitig, äh, abgesetzt wird. Und deshalb wurde jede Staffelfinale so konzipiert, dass es auch als Serienende hätte hergenommen werden können. Hatte ich ja schon vermutet. Und hier ist es tatsächlich so ein bisschen wahr geworden. Oder wie seht ihr das? Ja, absolut. Also, wenn es hier vorbei wäre, dann wären wir natürlich als beinharte Fans traurig. Aber wir wären, also ich kann da nur für mich sprechen, ich wäre auf alle Fälle nicht wütend. Weil, du kannst hier über diese Episode sagen, was du willst. Du wirst hier nicht in der Luft hängen gelassen, hungrig auf das, was danach passieren könnte, mit einem Mordscliffhanger. Nein. Das hier ist so ein sauberer Abschluss, wie man es sich in so einer ungewissen Zeit für diese Serie nur wünschen kann. Wenn hier Ende wäre, könnte ich zufrieden sagen, gut, satteln wir die Pferde und reiten wir in den Sonnenuntergang. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Serie sich, wenn man jetzt vom Ende der ersten Staffel mal absieht, eigentlich nie auf irgendwelche Cliffhanger verlassen hat. Die Macher, die haben ja auch schon oft gesagt, dass jede Staffel eigentlich für sich genommen abgeschlossen ist und auch für sich stehen kann. Und das lösen sie hier eigentlich auch ein Stück weit wieder ein. Paul, wie ist denn das bei dir? Ich hatte tatsächlich ganz, naja, nicht ganz andere Gedanken. Aber ich, also ich verstehe auf jeden Fall, was ihr meint. Und wenn es zu Ende wäre, wäre es auch ja irgendwo, es wird ja irgendwie ein Bogen geschaffen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass gerade in der Endszene oder in diesem letzten Monolog, kann man es ja nennen, dass das für mich dann doch schon fast mehr in Richtung Teaser wieder ging. Von wegen, wir kommen noch zum Letzten. Das ist noch nicht ganz vorbei, denn das Letzte kommt noch. Aber wie gesagt, ich kann es auch voll als Finale, als Serienfinale kann ich es auch schon verstehen. Und wie gesagt, ich bin auch nicht böse, wenn das jetzt so enden würde. Aber auf mich wirkt es dann teilweise in dem, auch vom Ausdruck und von der Dringlichkeit, wie es am Ende formuliert wird, irgendwie so wie als, ja, wartet mal, hier kommt noch was. Ja, kann man so sehen, aber in Anbetracht dessen, dass das das Ende sein könnte, habe ich diesen Schlussmonolog eher so wahrgenommen, dass man da mit dem Zuschauer Verstehen geben will, wir befinden uns in einem endlosen Kreislauf und es hört niemals auf. Und wenn wir diesen Teil der Geschichte hinter uns gebracht haben, erwartet schon immer der nächste Teil der Geschichte schon auf uns und wir mal sehen, wie wir es dieses Mal machen werden, ohne mit dem Versprechen tatsächlich den zu zeigen. Es ist einfach nur, für mich klang das Ende halt so, es ist ein endloser Kreislauf, es hört niemals vollkommen auf und so ist das Leben halt, ohne halt mit dem Versprechen auf mehr aufwarten zu wollen. Und nur halt diese ganze, also die ganze Episode, die fühlt sich halt dann nicht wie so ein Serienfinale an. Gut eben, wenn man es nicht weiß, ich hatte auch, also ich habe tatsächlich so im Hinterkopf, okay, man hat die fünfte Staffel noch nicht bestätigt, man hat sie aber auch nicht abgesagt oder so. Und deswegen, also schwebt bei mir im Kopf, ich bin mehr bei der Tendenz, es kommt noch eine fünfte Staffel und deswegen habe ich das natürlich auch dann anders aufgefasst, zumal ich, Dom hat es ja auch schon gesagt, mit 56 Minuten, also sie ist im Staffeldurchschnitt, wenn man es so mag, ist diese Folge, sticht sie halt auch nicht so richtig raus. Und sie ist ja auch so ein bisschen von den ganzen Erzählstrukturen ein bisschen hastig, aber dazu kommen wir ja jetzt bestimmt. Ja, von der epischen Breite und vom Bombast her gebe ich dir recht, da fühlt es sich nicht so nach Finale an, aber definitiv, und dazu kommen wir ja jetzt natürlich auch, vom Bodycount her. Das war schon, wirkte schon wie ein gewaltiger Schlussstrich, aber dazu gleich mehr. Ja, dann würde ich sagen, ohne Unschweife springen wir jetzt rein, wir werden ja wahrscheinlich dann auf den Titel der Folge, also que sera sera, werden wir wahrscheinlich im Verlauf nochmal kommen. Der hat ja durchaus auch eine Bedeutung, es ist allerdings nicht überraschend, dass Jonathan Nolan hier Hitchcock referiert, also Alfred Hitchcock referiert, weil er das schon auch sehr oft getan hat in Person of Interest. Und wie bei Person of Interest und bei der allerersten Folge dieser Staffel oder auch schon welchen in Staffel 2 hat hier Richard J. Lewis erneut Regie geführt, was man durchaus auch merkt im Hinblick darauf, wie die erste Folge und diese hier so ein bisschen, ja, miteinander kommunizieren eigentlich so ein bisschen. Aber nun ja, wir springen rein in das große Finale, was eröffnet mit einem Cold Opener natürlich. Ja, und was für einer. Und ja, und etwas, was, ich weiß nicht, ob ihr die Making-Offs, Off-Clips gesehen habt von HBO auf YouTube, ich gucke mir die immer ganz gerne an, wobei die bei dieser Staffel ehrlich gesagt nicht so viel hergaben. Aber Jonathan Nolan nannte das, was sie jetzt da veranstalten, nannte er schon zu Beginn dieses Allmachts-Infernos, sage ich mal, im Making-Off zu Folge 7, nannte er es Red Dead Redemption Manhattan. Und das kriegen wir hier auch mehr oder weniger zu sehen, denn ja, was kriegen wir zu sehen? Verwüstete Straßen, brennende Autos, Leichen und wir hören Schreie, es ist, ja, Shit Hits The Pan, wie es so schön heißt, ne? Ja, nur ich fand dieses gesamte Cold Opening teilweise schon etwas komödiantisch, weil ich musste da an bestimmte Parodienfilme denken. Ich weiß jetzt nicht genau, welche im Einzelnen, aber in gewissen Parodien habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen. Diese Idee, dass du einen Protagonisten hast, der wird erschossen, der Fokus shiftet zu einem neuen Protagonisten, der wird erschossen, dann schon wieder, schon wieder, schon wieder. Also, die Szene war genial gedreht, aber was da passierte, fand ich doch ein bisschen komisch in der Art und Weise, wie es vonstatten ging. Das ist mir auch aufgefallen, irgendwie, es hat sich so ein bisschen gebissen irgendwie von dem, was da gerade abging, also von diesem Massaker oder von diesem totalen Chaos, was da drin und dann hüpp und dann geht's weiter und dann war mir auch schon nach dem zweiten oder dritten Protagonistenwechsel klar, wer denn da am Ende stehen wird. Obwohl die Frage ist, ob es Protagonisten sind, also natürlich, die Kamera macht sie dann irgendwo dazu. Ich muss sagen, ich fand das aber eigentlich recht clever, das hat mich so ein bisschen an Regiearbeiten von Matt Reeves erinnert, der auch gerne mal irgendwie an der Nebenfigur kleben bleibt mit der Kamera und dann völlig woanders hinschwenkt und dann aber immer wieder zur Hauptfigur zurückfindet, beziehungsweise zum Zentrum des Geschehens. Aber ja, was, sagen wir so, hier geht's schon ordentlich ab, ne? Und hier gibt es auch ein Wiedersehen, nicht nur mit den von Paul Heißgeliebten Fliegen, denen die Kamera dann auch mal folgt und die irgendwie auch von einer Leiche zur anderen sausen, sondern auch mit, habt ihr ihn erkannt, Rebus aus Staffel 1? Natürlich, der großartige Steven Ock. Als ehemaliger The Walking Dead Fan bin ich natürlich mit dem Mann bestens vertraut und seinen Arbeiten. Auch vor allen Dingen Fans der Spielereihe GTA kennen den guten Steven Ock sehr gut. Ja, vor allem mit Baseballschläger. Ja, als Trevor. Und ja, hier war er wieder da. Und das war lustig, er unterhält sich mit einer Frau während all diesem Chaos und die fragen sich einfach nur, ist das ein neuer Handlungsstrang? Ja, ja. Finden das erst mal gar nicht so schlimm? Ja, er findet's auf jeden Fall geil, ne? Er mit seinem Hawaii-Hempf vor allem, das war schon, ja. Ja, weil das vor allen Dingen ja auch sein Charakter ist, den er immer gespielt hat. Wir erinnern uns weit zurück in die erste Staffel, das Massaker auf der Abernethy Farm, wenn er dann da diese Milch über Dolores Vater ausschüttet und so weiter. Das ist ein großer Junge werden, trinkt die Milch aus. Und dass er eigentlich immer diesen barbarischen Charakter gespielt hat, bis auf diese eine lustige Szene in der zweiten Staffel, als Bernard ihn umprogrammiert hat zum ehrenvollen Revolverhelden. Das war herrlich. Das war herrlich, wirklich. Als er dann, wir wollen diese Lady doch nicht etwa etwas antun. Und er befreit dann da alle von den Hosts, die da die Menschen als Geiseln halten, das war super. Und hier ist er aber eigentlich wieder so im Berserker-Modus. Und bevor er richtig loslegen kann, wird er leider sofort mit einer Axt in den Kopf ausgeschaltet. Also er findet es am Anfang doch ziemlich geil, was hier abgeht und meint dann irgendwie, ja, ich schlag mich hier durch und die, wie nennt er sie, Blutsäcke oder Fleischsäcke, also halt Menschen, die können mir gar nichts. Aber einer von denen rammt ihm dann relativ schnell eine Axt von hinten in den Schädel. Seine, ja, nicht gespielt, eigentlich hat er die ja nur getroffen und die ist ja auch deutlich verängstigter als er. Die wird dann auch aus der Distanz erschossen. Und dann haben wir halt wirklich diesen Move, dass die Kamera sich eigentlich immer kurz an den nächsten Akteur ranhängt, der dann wiederum erschossen wird von einem anderen, der sich dann dessen Waffen holt oder nochmal irgendwie auf einer höheren Stelle steht und dann begleitet die Kamera ihn. Das fand ich eigentlich schon inszenatorisch recht, recht dynamisch tatsächlich. Ja, was für mich da vor allen Dingen herausstach, ich hab für ein paar Sekunden geglaubt, wir kriegen hier tatsächlich nochmal einen neuen Charakter eingeführt, der dann vielleicht doch, falls es eine nächste Staffel geben wird, eine größere Rolle spielen könnte. Weil, klar, Rebus wird mit der Axt erledigt, seine Begleiterin auch, dann hast du diese beiden anderen Typen da und dann werden die von diesem Kerl mit dem Scharfschützengewehr von oben ausgeschaltet und dann bleibt die Kamera auf dem und ich hab für eine Sekunde gedacht, wer ist das? Wird der eventuell, boah, oh nein, und dann hat William ihn auch schon erwischt. Aber für ein paar Sekunden bin ich auf die Illusion reingefallen und hab gedacht, dieser junge Mann wird in Zukunft schon eine wichtigere Rolle spielen. Ja, ich glaub, du solltest natürlich auch so ein bisschen reinfallen, da ist ja in einem Moment Ruhe, wo er dann da runtersteigt, sich da die Waffen zusammenklaubt und dann Autoschlüsse mitnimmt und sich eine Karre klauen will. Aber er wird dann ja von Williams ins Herz getroffen und ich muss sagen, das fand ich schon einen tollen Moment, wie William da mit Silhouette und seinem Hut aus dem Nebel auftaucht. Das fand ich schon sehr geil tatsächlich. Und auch wie er dann ankommt und ihm sagt, du kennst doch die Spielregeln, the winner takes it all und ballert ihn über den Haufen. Ja, es gab später auch noch eine ganze Menge tolle Man-in-Black-Shots in dieser Episode. Oh ja. Haben sie bildlich eine Menge rausgeholt. Ja. Paul, wie hat dir denn der Einstieg so insgesamt gefallen? Ja, ich hatte dann von dem Einstieg aus die Befürchtung, dass wir jetzt tatsächlich die ganze Folge davon bekommen, von diesen Action-Massaker-Scholl. Und es ist in Teilen ja auch so eingetreten. Also wir haben hier von allen Folgen, die ich jetzt, also von der vierten Staffel gesehen habe, war das schon die deutlich Action-geladenste. Und es gab zahlreiche Auseinandersetzungen und Schießereien und so. Ich war jetzt nicht überwältigt, weil ich mir schon gedacht habe, als die Protagonisten da gewechselt sind, ja, alles klar, am Ende kann nur William da stehen, weil es ist eben so, dass sein Comeback. Und vor ein paar Folgen haben wir auch noch gesagt, es erschüttert mir wieder so ein bisschen den alten William so oder zu sehen. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich dem neuen oder dem anderen William da schon ein bisschen hinterher getrauert, weil ich das Gefühl habe, dass ab dem Shot, wo er da wieder so auftaucht und da seine The Winner Takes It All-Phrase von sich gibt, dass es ihm halt auch wieder deutlich an Facetten kostet, die ich in Folge 5 noch sehr interessant fand. Ja, da kann ich ein Stück weit mitgehen. Da merkt man halt auch, wie komprimiert diese Staffel ist, weil diese Wandlung von William, die geht schon relativ schnell. Das hätte man in einer zehnteiligen Staffel, hätte man das besser erzählen können. Vor allen Dingen, weil es, also in Folge 5 waren es so kleine Nuancen, wo du siehst, dass er die Welt oder so in Frage stellt oder was auch immer. Dass er jetzt da so die Konsequenz draus zieht oder dass er sich halt genau wieder in dieses Schema begibt, finde ich auch ein bisschen schade. Und es ist tatsächlich auch nicht der einzige Wandel oder die einzige Entwicklung, Figurenentwicklung in der Folge, wo ich wirklich die Stirn gerunzelt habe und mich gefragt habe, was soll das, was ist das, warum, was? Naja, gut, da kommen wir vielleicht im Verlauf noch zu, ne? Also, sagen wir so, ich fand's konsequent, wie es hier inszeniert wurde und ich fand's jetzt auch nicht irgendwie zu, äh, ja, weiß ich nicht, äh, äh, exploitativ oder was auch immer inszeniert. Also, war schon, war schon gut und vor allem atmosphärisch. Also, ich fand es, ich fand es ein tolles Bild, wie der da aus dem Nebel kommt, tatsächlich. Ja, das ist der Cold Opener, der ist sogar relativ kurz. Und dann, äh, kommen wir zur eigentlichen Folge und die startet mit Hey Loris und wir erinnern uns ja, Hey Loris liegt ja eigentlich blutüberströmt im Wasser mit einer ordentlichen Kopfhunde, die allerdings seitlich war und das deutet auch schon darauf hin, was wir dann hier nämlich erleben. Also, wir kriegen erstmal, und Paul, da kann man dann ja endgültig deine Aussage vom, ich glaube, vierten Recap in Steinmeißeln, äh, der Tower zeigt eindeutig, also das drumherum zeigt eindeutig die Labyrinthstruktur, ne? Mhm. Ja, das fand ich schon einen sehr tollen Shot. Ja, wenig anders zu erwarten, äh, wird Hey Loris, äh, von ihren Host-Drohnen aufgegabelt, äh, was mit Maeve ist, kriegen wir überhaupt nicht zu sehen. Also, wirklich gar nichts. Die Host-Drohnen fixen sie dann jedenfalls, also die, die schweißen mit, mit, äh, diesen, ja, eben dieser Zukunfts-Tralala-Technologie ihren, ihren Kopf zu. Äh, sie erwacht dann auch relativ schnell und will dann einen Upgrade, also die sollen ihren Körper stärker machen, die sollen sie stärker machen, aber die Narben sollen bleiben als Mahnmal und das kennen wir ja schon von Hey Loris, ne? Dass sie im Grunde ein Stück weit auch irgendwo Narben, ja, könnte man sagen, sammelt, ne? Also, man, äh, verweist nun mal auf ihren Arm, ne? Das ist ja schon seit der dritten Staffel so. Und das soll sie natürlich immer daran erinnern, wie grausam doch die Menschen sind. Und zu meiner Überraschung bekommt sie hier tatsächlich nicht nur irgendeinen Körper, sondern wirklich ein, ja, klassisches Host-Exoskelett, was man bestimmt seit, ja, das hatte Dolores in Staffel 3 am Ende auch, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja. Wobei ich mich jetzt frage, was sollte sie anderes bekommen? Also, haben wir, korrigiere mich, wenn ich da was vergessen habe, haben wir jemals irgendwelche Upgrades in der Endoskelett-Technologie gar gesehen? Äh, das nicht, aber es hätte ja sein können, dass sie sich irgendwie einen Megakörper gebaut hat oder, ich meine, sie hat ja auch diese, diese, äh, Drohne, in die sie transzendieren wollte und die etwas seltsam aussah. Ja, also in der siebten Folge. Da gibt's übrigens auch von hinter den Kulissen ein sehr geiles Pick oder so ein Schnappschuss vom Set auf jeden Fall, wo halt gezeigt wird, wie die Schauspieler, die in diesen Dingern stecken, halt sich ganz schwer damit fortbewegen können. Also jetzt halt mit diesen, diesen armlosen, kopflosen Drohnen und dann da oben sitzen in so'n, so'n grünen Anzug mit Regenschirm tatsächlich. Sah sehr amüsant aus. Ja, äh, sie hat dann eben dieses, dieses klassische Exoskelett kriegt sie angelegt und, äh, die Drohnen wollen ihr auch ihr Gesicht eigentlich erst runterschneiden. Und das will sie aber nicht, weil William soll ja erkennen, wer ihn zur Strecke bringt, wenn er stirbt, beziehungsweise wer ihn dort tötet. Ja, es ist immer wieder interessant, wie sehr sich diese Schale doch vom Menschsein verabschieden will und dann nach dieser Sache, die da passierte, ist ihr absoluter Drive, Rache gelöst, etwas durch und durch Menschliches. Hm, etwas durch und durch Menschliches und sie will halt auch irgendwie doch ihre Menschengestalt behalten, aus der sie eigentlich gerade noch transzendieren wollte, ne? Und dann noch die, die Narben als Mahnmal, ich meine, was gibt's denn Menschlicheres als Narben? Narben sind ja auch irgendwo ein Makel, ne? Und die sind ja, äh, makellos vollkommen, was auch immer, die Hosts in ihren Augen. Äh, da muss ich übrigens sagen, ich fand die Szene auch sehr, sehr gut getrickst, tatsächlich. Also sie öffnen dann ja sogar ein Stück weit da ihre, ihren Brustkorb. Das war im Gegensatz zu einer späteren Szene dann wirklich gut gemacht von, von, weiß ich nicht, vielleicht auch praktischen Effekten her. Ja, ich denke, das ist, das ist aber auch dann wohl bewusst so geschrieben, dass, das ist halt der große Fehler in Charlottes Charakter, bei, äh, all ihrem Bestreben, das Menschliche auszurotten und zu einer besseren Spezies zu werden, sieht sie selber überhaupt nicht, wie menschlich sie doch in ihrem Handeln ist. Also, ich denke schon, das ist so geschrieben, dass es dir als Zuschauer auffallen soll, dass Charlotte dieser Widerspruch selbst gar nicht bewusst ist. Ja, ich hatte ja auch schon im, äh, in der letzten Folge, wo, wo du ja nicht bei warst, Christopher, hatte ich ja auch schon angemerkt, wir wurden ja zuerst nicht wirklich schlau, was sie da jetzt genau mit diesen armlosen Hosts, Drohnen da will. Aber, äh, es ist ja schon länger, also zumindest meine Eindruck, dass sie sich eigentlich so ein bisschen vor ihrer, sie will eigentlich ihre Menschlichkeit leugnen und ekelt sich auch irgendwie davon, kann aber die zugleich nicht mehr ablegen, weil sie sich auch größtenteils darüber definiert. Na, man, man darf nicht vergessen, sie trägt immer noch den, oder sie steckt immer noch im Körper einer Frau, äh, die sie bestimmt vor 20 Jahren erschossen hat. Ne? Ja. Und sie hat sich ja auch eine ganze Zeit lang mit der und deren Leben, also jetzt Charlotte Hales, identifiziert. Ich hab mich bei dieser ganzen Szene mit der Hylores gefragt, warum inszeniert ihr die Folge davor so, wenn jetzt es, ich hab das, ich glaub in Folge 4 war es, wo ich das, äh, wo ich das schon gesagt hab, dass das für mich halt, dass das für mich weder Schockmomente noch irgendwas, weil es für mich aus meinen Augen alles furchtbar konsequenzlos ist. Mhm. Und ich versteh nicht, wie man das dann immer so, warum man das dann immer so aufbauen muss, so radikal in Anführungszeichen sein muss, nur um das halt in der nächsten Folge dann wieder, puh, puh, also ich hätte tatsächlich, ich hab jetzt die Szene nicht nochmal genau, aber, also es sah schon sehr aus, dass, äh, dass er ihr direkt in den Kopf geschossen hätte und dass auch nicht viel mehr übrig geblieben wäre von, was weiß ich, was dort oben ja eben drin ist. Mhm. Aber, und, und dann, dann kommen sie halt und das ist alles wieder puff, es ist alles wieder verpufft und, ach, das nimmt mir, ich hab mich ja schon dran gewöhnt, dass hier, wenn einer stirbt, ist, puh, ist, 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 egal, in drei Folgen oder in der nächsten Folge ist sie schon wieder da, aber es nimmt mir echt so ein bisschen die Freude, weil es mir immer wieder sagt, es gibt keine richtigen Konsequenzen oder es gibt, ach, also, und ich verstehe halt nicht, warum man hätte sie schwer verletzt zeigen können oder ich verstehe halt diese, diese, diese Art der Inszenierung nicht oder glaub man, also, weil du vorhin auch sagtest, dass sie nicht so sehr auf Cliffhanger setzen, ich fand, die letzte Folge war ja schon, also, hat er schon mit einem ordentlichen Cliffhanger geendet. Ja, ich meinte damit jetzt eher die, die Finalfolgen. Okay, ja, aber dann, also, das wirkt dann halt für mich so wie so ein billiger Trick, um halt noch für die nächsten Folgen oder irgendwas noch Interesse zu schaffen, wo ich denke, aber, also, bei mir ist das halt schon längst verflogen und wenn ich das dann jetzt sehe, dass diese Folge, ja, sie wird weggetragen, wird eingesetzt, ist wieder da. Ja, geil, jetzt habt ihr mir zehn Minuten ungefähr von diesem, oder fünf Minuten von diesem Strang und hat, ja, das ist, das finde ich schade. Ich kann das, ich kann das nachvollziehen, auf der anderen Seite, äh, gibt es ja schon wirklich jetzt einige Tode in den vergangenen Seasons, die ja auch geblieben sind und die wohl auch bleiben werden. Ja, aber von den Großen? Ja, doch, also Anthony Hopkins zum Beispiel ist nicht wiedergekommen. Ja, okay, okay, Anthony Hopkins, ja, okay, den gebe ich euch. Oder, ja gut, Vincent Castell jetzt nicht unbedingt, aber ich denke mal, der wird gestorben sein. Also, mir fällt so, also von den richtig Großen zu den richtig Großen zähle ich jetzt. Also, mich stürzt auch gar nicht, also, wie gesagt, sollen sie doch mit den Charakteren machen, können sie sich auch am Leben lassen, aber dann lasst sie doch nicht so häufig sterben oder eviduiert da oder versucht da irgendwie dann Cliffhanger draus zu ziehen oder zeigt, dass sie, offenbart das als tragische Wendung, als Plotfest, als großen, äh, als Schockmoment in Anführungszeichen, sondern lasst sie am Leben oder, ah, es frustert mich. Ja, nee, ich kann das, ich kann es nachvollziehen. Äh, ich kann dich aber dahingehend beruhigen. Ich hab ein Interview, äh, gelesen, was darauf basierte, dass Lisa Joy jetzt irgendwie kurz nach dem Staffelfinale, äh, in den USA in einem Podcast zu Gast war. Und sie hat zwar gesagt, also, wenn Staffel 5 kommen sollte, wird man zwar einige bekannte Gesichter wiedersehen, aber es wird auch gewisse Tode geben, die man respektiert und die auch nicht mehr angetastet werden. Und ich denke, dass Herr Loris dazu auf jeden Fall gehören wird. Ja, also, wie gesagt, ich brauch jetzt nicht von einer Folge zum nächsten einen Massaker oder ich brauch jetzt, dass die so aufgeoppert sind. Nö, das hatten wir ja mit Folge 7. Aber ich brauch eben, ich weiß nicht, ich brauch ein, ich brauch ja irgendwas, ich brauch eine Form der Konsequenz, ich will sehen, dass, genau richtig, ich möchte sehen, dass das, was passiert, was bedeutet, wenn das aber immer wieder, und das hatten wir schon so oft, auch die Sache, Maeve wird, äh, wird erschossen von William, ja, pff, okay, ist halt zwei Folgen später wieder da. Und das ist ja nicht zum ersten Mal, dass eine Figur in Westworld draufgeht und dann ein paar Folgen später wieder da steht. Und es nimmt, es raubt mir wirklich auch den Spaß und die, die, die Charaktere, weil ich mir denke, ja, ey, komm, ihr überlegt euch eh wieder was. Ja, genau das ist das Ding. Ich glaube, die Autoren suhlen sich geradezu in dieser Freiheit, die dieses Konzept das denen gibt. Denn wie ist es bei klassischen Fernsehserien der Fall? Der Held sitzt in der Falle. Oh mein Gott, was wird passieren? Nein, der Held kann sich befreien. Denn logischerweise kann er nicht sterben. Die Serie ist ja nicht zu Ende. Und Westworld ist eine Serie, wo dieses enge Konstrukt, du hast deine Hauptcharaktere und denen darf nichts passieren, nicht existiert. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, die Tatsache, dass man Charaktere so oft über die Wupper gehen lassen, laufen, springen, wie auch immer, hochgehen lassen kann und wieder zurückbringen kann, das nutzen wir jetzt schamlos aus. Wir brauchen nicht, wie in so vielen Serien, einen Deus Ex Machina Moment, eine Rettung in letzter Sekunde. Wir geben diesem Charakter jetzt einfach den Kopfschuss, weil wir können ihn ja zurückbringen. Also die Tatsache, dass man es hier eben nicht mit menschlichen Wesen zu tun hat, die nur einmal sterben können, das gibt wohl den Autoren das Gefühl, wir können jetzt hier bestimmte Szenen so ablaufen lassen, wie sie in anderen Serien nicht ablaufen lassen würden, weil wir können sie ja wieder zurückbringen, aber über die Tatsache, dass das ein bisschen die Konsequenzen und die Fallhöhe rausnimmt, denken sie dabei vielleicht gar nicht so sehr nach. Ja, und ich sag mal so, ich verstehe, was du sagst und ich fände es auch gar nicht so schlimm, wenn das mal mitgemacht werden würde, aber gefühlt seit Staffel 2 passiert das halt regelmäßig und es ist halt wirklich, ich sitze dann da und wie gesagt, so die Figurenentwicklung, die hat, wie ich finde, jetzt in dieser Folge auch irgendwie eher einen Schritt zurück gemacht als einen Schritt nach vorn und dann sitze ich halt da und denke mir, okay, warum soll ich die Geschichte, wenn diese ganze Geschichte eh immer weiter geht oder wenn sie keinen richtigen Fall höher, warum sollte mich diese Geschichte überhaupt noch weiter interessieren, weil sie hin und wieder mal eine philosophische Frage liefert, aber das reicht mir dann nicht. Ja, weil es ja schon im Großen und Ganzen um die Rettung der äußerlichen, realen Welt geht, also vielleicht Westworld ist halt... Also auch eine gute Frage nach dem Ende. Westworld ist halt wirklich irgendeine Show, wo man eben den Verlauf, diese dieser ganzen Welt mit Spannung verfolgen sollte und weniger vielleicht das Schicksal der Charaktere. Ja, ja, das... Ja, 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 ja. Weil du sagst, die machen es so oft, ich finde, die machen es so oft, dass es mich schon gar nicht mehr stört. Du sagst... Nee, mit jedem Mal verdrehe ich die Augen und denke, warum präsentiert ihr es so? Weil, guck mal... Aber warum verkauft ihr das als, zum Beispiel am Ende der letzten Folge? Ja, weil die... Also, das kann ich nicht mehr als Meta-Kommentar oder als, ja, wir haben jetzt Spaß damit. Nee, ihr macht das bewusst am Ende der Folge, weil die es halt groß dramatisch oder als Schockmoment aufbauen. Aber es ist egal, es ist... Ja, aber wie gesagt, das meine ich damit, sie machen es so oft, dass es mich schon gar nicht mehr stört, weil es irgendwie ein elementarer Teil der Serie ist. Du hast gerade gesagt, die machen das sehr häufig seit der zweiten Staffel. Stimmt nicht ganz, die machen das eigentlich für uns seit Staffel 1, Folge 1. Ja, gut, weil... Natürlich, ja, ja. Wenn William Teddy erschießt und dann Schnitt und Teddy sitzt wieder in dem Zug. Deswegen, die haben einen von Anfang an schon so oft damit konzentriert, dass es mich stört. Ja, aber das ist ja das Konzept, Christopher, das ist ja auch das Parkkonzept. Ja, aber du sagst, das ist das Parkkonzept. Aber wenn du die Serie zum ersten Mal siehst und du weißt noch nicht genau, was abgeht und du hast diese Szene am Anfang in der ersten Staffel auf der Abernathy Farm und Teddy wird erschossen, dann ist es schon ein Überraschungsmoment. Und wenn du in der nächsten Szene wieder im Zug sitzt. Definitiv, ja. Einmal. Oder vielleicht ein zweites Mal. Aber das ist ja einfach die erzählerische Cleverness an der Stelle, dass sie dadurch direkt eigentlich ohne Umschweife ihr Konzept klar machen. Das ist ähnlich wie bei Inception, wo dir von Anfang eigentlich das Konzept von Träumen erklärt wird, indem du direkt in einem Traum bist. Ja, ist mir gestern auch nochmal aufgefallen. Ich habe gestern Inception im Flugzeug gesehen. Wie witzig. Ach, okay. Ja. Und klar, das ist jetzt was anderes, weil hier fighten die Hosts um die Herrschaft in der realen Welt. Und das Beispiel, das ich gebracht habe, war halt der Loop im Park. Das ist mir schon klar. Aber der Effekt ist der gleiche. Du siehst es von Anfang an in der Serie so oft, dass es mich nicht stört. Und wenn es jetzt halt darum geht, dass wir hier in der realen Welt die Hosts haben, die um die Vorherrschaft kämpfen, dann ist das halt immer nur, der Tod ist für die Hosts immer nur eine Neuausrichtung. Ich finde es interessant, wenn ein Host stirbt in der Realität, weil ich mich dann immer frage, was machen sie jetzt mit ihm? Wie wird er abgegradet und wie wird er danach handeln? Also so kann ich da für mich dann eben noch was Spannendes draus ziehen. Mir fallen aber auch wirklich jetzt noch einige andere Charaktere ein, die, also zum Beispiel Hector Eskaton ist, äh, also spätestens wenn die, wenn die Perle von jemandem zerquetscht wird, dann ist eigentlich Feierabend. Lee Sizemore. Das sind, ja, das ist für mich auch eher, ja, hm. Aber ich glaube, wir, wir verlieren uns da jetzt auch hier ein bisschen. Hm. Ähm, was ich halt sagen kann, also ich fand es durchaus berechenbar, dass, äh, Hey, Loris das überlebt hat, weil man hat sowohl hier als auch am Ende der siebten Folge gesehen halt, dass, dass sie einen Kopfschuss bekommen hat, aber eher so auf die Seite. Und die, die Perle und die Kontrolleinheit, die das, die ja schützt, die sitzt ja relativ in der Mitte des Kopfes. Also wird das einfach dann vorbeigegangen sein. Das war ja auch schon mal so, Teddy zum Beispiel hat sich ja auch in den Kopf geschossen am Ende der zweiten Staffel und hat dabei aber auch, äh, tatsächlich seine Perle verfehlt. Also das, das ist, das ist immer das Wesentliche daran. Theoretisch könnten sie auch, also du musst bedenken, Paul, ähm, wenn die Perle nicht beschädigt ist, dann lebt sie ja auch noch und kann theoretisch einfach in anderen Körper verfrachtet werden, ne? Ja, ja, also, ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe auch, äh, eben das Konzept, oder ich verstehe halt auch, dass das interessant sein kann, wie denn, äh, wie man damit dann umgeht oder wie eben diese Neuausrichtung aussieht. Aber es kommt mir in so einer Hülle und Fülle vor, dass ich's wirklich ermüdend finde und einfach, ich hab dann, ich hab dann nicht die Freude daran zu sehen, wie, wie denn die Neuausrichtung aussieht und dann am Ende führt die Neuausrichtung halt eh wieder so, dass da William wieder seinen Satz tropft, hier, the winner takes it all oder was. Und es ist, ich hab mich wirklich, ich war frustriert nach dieser Folge, weil ich so oft das Gefühl, man hatte nach Folge 5, nach Folge 5 hatte ich das Gefühl, oder nach Folge 4 eigentlich schon, ey, ihr habt hier eine super Ausgangslage, ihr habt eine super interessante, weil es nicht wirklich klar ist, weil es unklar ist, wohin das Ganze gehen kann, ihr habt so viele Möglichkeiten, es ist, es ist, da hatte ich wirklich Interesse, weil ich gedacht hab, oh, was, was, was könnte sein? Und dann reißt es leider für mich hier vieles wieder ein. Na gut, da kommen wir dann ja vielleicht noch zu. Äh, aber ich würd sagen, wir schreiten mal. Hey, wir sind schon bei Szene 3, geil. Genau, wir, wir schreiten mal weiter voran. Also da, da kommen wir vielleicht nochmal zu, äh, also William ist, ist auch ein Stichwort, weil, äh, ich sag's ganz ehrlich, ich hab, wir haben eigentlich nach Staffel 3 eigentlich alle gedacht, dass er tot ist und er ist letzten Endes hier eigentlich nur auf seinem Radkreuz da, äh, am Leben erhalten worden. Ja gut, es ist halt wichtig für die Entwicklung von Host William, ne, aber da kommen wir dann vielleicht nochmal gleich zu. Jedenfalls, äh, stiefet Heyloris dann in ihren Kontrollraum, der zwar arg beschädigt ist, aber, also da ist jetzt die Frage, der ist ja eigentlich nicht in die Luft geflogen, sondern eigentlich nur dieser Transmitter, der da drunter, äh, äh, sich befindet, ne? Ja. Also, ja, ich hab es halt so wahrgenommen, sie kommt herein und ich hab weniger, die Beschädigung des Raums beachtet, sondern eben, dass sie keinen Zugriff mehr hat, dass William da sie ausgesperrt hat und, äh, sie merkt, sie kann da nichts mehr machen in Bezug auf die Stadt. Die Karte ist zwar noch da, aber die flackert auch ordentlich, also die, als, als hätte die einen Bug und, äh, sie spricht dann eigentlich zu den Hostrohen um sie herum, äh, die dann da irgendwie, ich glaub, die sammeln da irgendwie auch Trümmer ein oder was, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sagt sie dann, dass William seinen Wahnsinn jetzt praktisch auf die ganze Welt übertragen hat und dass er alles zerstören wird, beziehungsweise die Menschen alles zerstören werden, äh, was ihnen in die Quere kommt. Eine ihrer Drohnen findet das Tablet mit der Videobotschaft, die Bernard Dauert ja aufgenommen hat in Folge 7. Und wir kriegen sie hier zumindest auch ein bisschen mehr zu hören als in Folge 7, weil da haben wir ja nur das Ende gehört, als William, äh, reingestiefelt kam. Ich muss zugeben, ich hab das auch in Folge 7 so ein bisschen, ich hab das nicht so ganz verstanden, weil ich dachte eigentlich, Bernard hinterlässt vielleicht für sich selber eine Botschaft für den nächsten Loop oder was auch immer. Aber, äh, es ist tatsächlich für Hey Loras und er teilt ihr in dieser Botschaft mit, wenn sie das sieht, äh, sind sowohl ich als auch Maeve tot und es dauert auch nicht mehr lang, bis, äh, unsere Spezies, aber auch die Menschen komplett ausgerottet sind und ja, Hey Loras, das ist vielleicht nicht die Welt, die du, die du wolltest, aber das ist eben, was du selber daraus gemacht hast und jetzt kannst du zusehen, wie du die, äh, die Suppe auf, auslöffelst. Die Karte ist am Flackern und, äh, wir sehen dann auch, was sich, ja, innerhalb der Karte abspielt. Auf jeden Fall ist die Überleitung da sehr eindeutig. Wir landen nämlich bei Christina und Teddy, die, äh, durch, äh, verwüstete und leichengepflasterte Straßen, eigentlich genauso wie in den vorherigen Szenen, sich, äh, so ein bisschen den Weg nach Hause bahnen. Christina steht dann am Fenster ihrer Wohnung und ist immer noch fassungslos über das, was hier passiert ist und fühlt sich auch tatsächlich machtlos, war mein Eindruck. Ja, es ist ja, was hatte Teddy ihr kommuniziert, das war ja so ein bisschen widersprüchlich, weil in Folge 5 sagt er ihr, die Welt ist fake, nur du bist echt und jetzt ist plötzlich alles echt außer ihr. Und, und hier wird das eigentlich auch nochmal ein bisschen wiederholt und sie merkt auch so langsam, oh, sie ist ja eigentlich nur ein Steuerungsprogramm im Hintergrund und hat eigentlich keinen anderen Sinn und Zweck. Teddy kommt dann aber zu ihr und sagt ihr, ja, aber du bist ja doch echt, weil deine Gedanken echt sind und das war wirklich so ein bisschen, ja, ich denke, also bin ich, ne? Oder was habt ihr euch da gedacht? Ja, ja, direktes Descartes-Zitat. Ich meine, gut, dass man das ganze Zitat nicht ausgesprochen hat, das wäre ziemlich platt gewesen. Ja. Ich erinnere da an diesen stümperhaften Film The Thirteenth Floor, wo dieses Zitat auch noch gleich am Anfang eingeblendet wird. Okay. Finde ich immer ziemlich prätentiös, wenn man sowas macht, ja. Ja, der Gedanke ist natürlich interessant, weil man das ein bisschen, man hat den Twist aus der letzten Episode und wo man gedacht hat, ah, und dann hat man aber diese Szene und man lässt sofort irgendwie gewisse Zweifel daran aufkommen. Ist es jetzt wirklich so, wie Teddy es gesagt hat? Halt mal wieder, eigentlich ist das ein ganz klassischer Westworld-Move, weil du hast erst mal die Erkenntnis, dass hier die Figuren sich nicht auf der gleichen Zeitebene oder an der gleichen Ortschaft befinden wie die anderen Figuren. Ich bin ein bisschen sauer auf mich selbst, dass ich das nicht vorher gerafft habe, weil mit irgendwie sowas hätten sie ja schon wieder um die Ecke kommen müssen, aber ich hab's echt nicht gecheckt bis zu dem Punkt, an dem Teddy ihr das erklärt hat. Und doch lassen sie gleichzeitig auch wieder Zweifel aufkommen an dem, was in der Episode zuvor gesagt wurde. Gefällt mir gut. Hat sich für mich tatsächlich auch angefühlt wie eine Szene, die ich schon das ein oder andere Mal in Westworld gesehen hatte. Irgendwie, es geht mal wieder um Existenzprobleme, was ist echt, was ist künstlich, so irgendwie wummert's da die ganze Zeit in meinem Kopf und denkt mir so, hm, okay. Ja, es findet sich natürlich hier viel aus Staffel 1 wieder, also allem voran dann eben auch das Labyrinth-Symbol, was ja Christina in der ersten Folge hier auf ihrem Balkon entdeckt hatte, aber Teddy scheint es seltsamerweise nicht dahin gezeichnet zu haben und auch kein Ghost Nation Indianer war wohl gerade nicht auf Abruf. Er sagt dann aber, dass es das eben war, also praktisch ein Plan des Bewusstseins war und dass das das war, womit Dolores aufgeweckt wurde, beziehungsweise sich selber aufgeweckt hat, aber er hat es eben nicht dort platziert. Sie fängt dann halt an zu überlegen, ja, was aus ihrem Umfeld den Menschen, die sie kannte und mit denen sie tagtäglich zu tun hatte, also Maya oder ihrem Chef oder auch diesem Peter Myers, äh, diesem Stalker, äh, was davon jetzt genau echt gewesen sein könnte. Und dann sehen wir auch kurze Flashbacks natürlich zu Folge 1, das ist ja vom selben Regisseur, äh, Maya mit den schwarzen und weißen Schuhen, Peter Myers, dann auch, äh, äh, was ich ein sehr interessantes Zitat fand im Nachhinein, da wird sie nochmal kurz bei diesem Blind Date gezeigt und da heißt es, sie schreibt keine Geschichten für die Spieler, also jetzt halt irgendwie hier NPCs in Videospielen, sondern für sich selbst. Da wird dann auch nochmal auf den, auf den Pitch, den sie ja am Ende von Folge 1 da auf dem Balkon, äh, in ihr Kommlink gesäuselt hat, verwiesen, äh, also halt über ein Mädchen auf der Suche und wenn es das gefunden hat, was es sucht, dann wird alles Sinn ergeben und dann peilt sie so langsam, dass, äh, sie zum einen das Labyrinth selber gezeichnet hat und dass sie eigentlich auch alles um sich herum erschaffen hat, also auch Teddy und nicht, äh, Hale, also, dass auch Maya ihre Schöpfung ist, weil sie hat wohl die ganze Zeit unterschwellig, äh, registriert, dass sie irgendwo auf einem Selbstfindungsprozess ist und also halt die, die Leute in ihrem Alltag, die haben ja eigentlich geholfen, mit sich selbst zu kommunizieren, also sie hat durch Personen wie Maya etc. hindurch hinweg Selbstgespräche geführt und das kommt einem natürlich auch dann sehr bekannt vor aus Staffel 1, wo ja, äh, Arnolds Stimme sie geleitet hatte, ne? Also es kommt hier, Paul, das stimmt natürlich, es kommt sehr, sehr viel auf Staffel 1 zurück, ne? Ja, aber, ach, ja, ja, nee, ich will nicht immer nur, ich will nicht immer nur draufhauen, äh, wie immer weiter. Du bist, du sorgst für Kontrast, Paul, das ist ja eine gute Sache. Ja. Also man, man könnte sagen, sie hat sich hier eigentlich sowohl mit dem Labyrinth und den ganzen Hinweisen hat sie sich eigentlich irgendwie selber aufgeweckt, könnte man sagen. Also da merkt man auch halt, dass sie jetzt deutlich selbstbestimmter ist als früher, aber das ist auch wieder eigentlich dann eine klare Spiegelung und Verweis auf Staffel 1. Sie hatte irgendwie auch zu viel Angst vor der Wahrheit, die zu erkennen, bis dann halt Teddy kam und, ach ja, happily ever after, sie küssen sich, nächste Szene. So. Ja, das stimmt. Also bei, ja, nee. Ich wollte nicht mehr kommen, wir gehen zur nächsten Szene. Das war wirklich ein bisschen schmalzig, ne? Später, später wird's echt schmalzig, das gebe ich zu. Ja, aber ich muss zugeben, da bin ich vielleicht ein bisschen sentimental, ähm, aber weil wir diesen Charakteren jetzt auch schon seit so vielen Jahren folgen, äh, empfinde ich das halt vielleicht so. Du hast die beiden so häufig leiden sehen in Westworld. Hast quasi, Teddy hat es ins Gesicht gesagt bekommen. Für euch beide ist kein Happy End vorgesehen. Die Gäste sollen den tollen Revolverhelden abknallen und sein Mädchen schänden. Und zu sehen, dass die beiden eine Chance auf ein Happy End in einer anderen Welt haben, nachdem sie so lange eben nur diese Spielbälle für die Menschen waren, die den Park erschaffen haben, finde ich doch ein bisschen, das hat was Zufriedenstellendes für mich. Zu sehen, wie frei sie jetzt sind und dass sie das bekommen können, was ihnen da immer verwehrt blieb, doch, das gefiel mir. Nämlich scheinbar frei, ne? Darf man nicht vergessen. Scheinbar, ja, natürlich. Frei, wie das so ist in Westworld. Freiheit kommt da immer mit doppeltem Boden. Richtig. Siehst du damit, ja, und wenn dann der Boden so dick ist, naja. Mit doppeltem und dreifach Boden. Nun ja, äh, wir kehren nochmal zurück zu Hey Loris auf ihrem Tower, äh, wo sie dann diese Nachricht von Bernard abspielt und der sagt ihr, dass eigentlich im Prinzip eigentlich schon alles verloren ist, dass eigentlich nur noch Zeit ist für ein letztes großes Spiel und das ist aber nicht ihres. Herr Loris hört das natürlich nicht gern, zerstört dann das Tablet, aber sie stiefelt dann doch auf ihre Karte und fängt an, mit dem Fuß aufzustampfen. Und hier sehen wir dann halt so langsam endgültig die Verbindung, denn wir haben die Überleitung zu Christina, wo plötzlich, ja, ihre Welt um sie herum anfängt zu glitschen. Na, und, äh, mit jedem Stampfer von Hey Loris wird die Projektion eigentlich weiter zerstört. Es wird immer rudimentärer um sie und Teddy herum, bis es immer zusammenbricht und sich Hey Loris, äh, die Perle aus dem Boden zieht. Das Bällchen. Genau, das Bällchen. Ja. Und da ist jetzt die große Frage, die große Preisfrage des Abends, was für eine Perle ist das? Ja. In der Tat. Ja. Weil, äh, ich hab nämlich nochmal extra nachgesehen, sie ist am Ende von Staffel 2, also Hey Loris dann auch schon, ist mit fünf Perlen in ihrem Handtäschchen von der Insel, äh, weggebracht worden und in ihrem Kopf steckt ja auch noch eine, das macht sechs und eine davon war ja auch Bernard. Ne, den haben sie ja auch wieder neu hochgezogen, äh, am Ende der zweiten Staffel. Und wie wir die Perlen dann verteilt gesehen haben in Staffel 3, also wenn ich's jetzt noch zusammenkriege, also eine ist Hey Loris, eine ist Dolores, eine andere ist Bernard, das ist ja diese, diese rostig, äh, rot-braune. Dann haben wir natürlich noch die in Connells, dem, dem, äh, Leibwächter von, äh, Liam Dempsey in der dritten Staffel. Wir haben Musashi beziehungsweise Mushoris, Trademark. Ähm, und wir haben, äh, soweit ich weiß, am Ende der achten, am Ende der dritten Staffel tauchte doch Lawrence ganz kurz auf, ne? Ja, aber Lawrence hatte auch ein Dolores-Bällchen in sich? Ich denke schon, ja. Hm. Wenn er es nicht war? Weiß ich nicht mehr. Ja. Also wenn es, wenn er, wenn es kein Dolores-Bällchen war, dann dürfte das das hier sein, ne? Ja. Schön, dass du jetzt tatsächlich mal für einen Satz das Bällchen übernommen hast. Ja, leider. Ich schneide es auf, keine Sorge. Nein, ich schneide es nicht auf. An dieser Stelle übrigens ganz, ganz liebe Grüße an einen gewissen Zuhörer, den Herrn Kießling. Ich weiß deinen Support sehr zu schätzen. Ja, wenn auch nur auf Facebook. Schöne Grüße. Äh, ja. Der fragt auch nur, ob am Urlaubsort so und so viele Hosts sind, die dafür bezahlt werden, darum zu tollen. Egal. Okay. Herr Lawrence, äh, verlässt den Tower und das fand ich auch, ich muss dazu sagen, ich hab auch mal geguckt, das ist ja irgendwie bei einem, äh, äh, vor so einem Hotel-Eingang ist das ja gedreht, diese, dieses ganze Set und das Setting eher. Ja, ich find tatsächlich diesen, ja, was, was, was ist das, wo sie da immer durchgehen? So eine Art Pavillon oder sowas? Ja. Sieht auf jeden Fall aus wie ein großes Nest oder so, ne? Irgendwie geflochten. Ob du dir wieder Gedanken machst, ey. Ja. Ich hab mich, ich hab mich in dieser ganzen Szene wieder gefragt, weil das ist nämlich die zweite Entwicklung, die ich irgendwie sehr hastig oder die ich, vielleicht hab ich auch irgendein Detail, äh, nicht mitbekommen, wo ich mich gefragt habe, was sie jetzt auf einmal so, also so umswitchen ist, weil sie auf einmal so ganz, so in der letzten Folgen wirkte sie noch sehr, äh, so zurückgenommen und dann hatte sie ja auch ihren Plan, dass da, sich so, oder die, 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 was, die, die nächste Entwicklungsstufe oder was einzugehen. Ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf. Aber ist es jetzt wirklich dieses, was Christopher vorhin gesagt hat, dieses Rachegefühl, was jetzt wirklich mit einem Mal komplett überhand nimmt? Oder warum ist sie auf einmal so, ja, dann doch so menschlich? Weil ich das Gefühl hatte, die folgende Form, war sie immer noch wirklich diese eiskalte, berechnende, ja, doch schon etwas Mächtigere, das vielleicht hier und da ein bisschen bröckelt, aber nicht, dass es plötzlich so umschwingt. Und dass sie dann plötzlich sagt, ja, okay, es ist nicht mehr mein Spiel. William hat mir alles weggenommen. So, jetzt mache ich hier, jetzt mache ich alles. Oder jetzt will ich auch kämpfen oder was auch immer. Also, das war vielleicht, keine Ahnung, können wir noch ein Detail oder irgendwas nennen, was noch mit zu dieser Entwicklung geführt hat oder, ja. Ja, es ging schon relativ schnell. Auf der anderen Seite kriegt sie ja von Bernard letzten Endes das kredenzt in dieser Videobotschaft, was sie ja eigentlich nicht verleugnen kann, denn sie ist am Arsch. Und man darf nicht vergessen, sie hat ja auch in den letzten Folgen wirklich zusehends Panik bekommen, dass ihre ach so vollkommene, perfekte Welt gewaltig bröckelt mittlerweile. Also, dass ihr auch keiner folgen will. Es ist ja irgendwie auch keiner da, der sie jetzt irgendwie groß unterstützt. Sie hat nur diese gesichtslosen Drohnen und dann Clementine, die in einer späteren Szene jetzt dazukommt. Aber ansonsten ist ja da eigentlich keiner. Und deshalb ist das, also ich interpretiere das auch als so ein letztes Aufbäumen eigentlich von ihr. Also, sie streift ja dann auch ihre Schickimicki-Klamotten ab und schmeißt sich in so eine Badass-Montur, die ziemlich toll aussieht. Ja, aber es sieht an Tessa Thompson nicht toll aus. Ja, das stimmt natürlich. Also, ich, wie gesagt, so ein letztes Aufbäumen beziehungsweise ihr bleibt gar nichts mehr anderes übrig. Und sie wollte ja jetzt auch nicht die Vernichtung beider Spezies. Vor allem, das sagt sie dann ja auch in der späteren Szene zu William, die Hosts sind immer noch in der Unterzahl. Ja, ja, das ist genau. Ja, ja, also, ja, vielleicht war es einfach, war ich durch den Gedanken so verärgert, dass ich gerne gesehen habe, wie denn die nächste Entwicklungsstufe einsieht. Das hätte ich viel lieber gesehen, als also, was in dieser Folge passiert ist. Aber wir haben ja noch was anderes. Während sie den Tower verlässt, packt sie ja diese Perle in ihre Tasche. Und ich habe mir das wirklich, ich habe bestimmt zwei- oder dreimal zurückgespult. und ich war mir fast sicher, dass sie zwei Sachen in die Tasche tut. Ob es jetzt zwei Perlen waren oder nicht, aber, ähm, weiß nicht, ihr habt da nicht so drauf geachtet, ne? Nein. Tut mir leid. Okay. Ich wünschte, ich könnte was dazu sagen. Es sah für mich danach aus, ich bleibe dabei, es sah für mich danach aus, dass sie zwei Perlen da rein tut. Aber gut, die zweite Perle ist ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, verschütt gegangen. Jedenfalls, äh, wechseln wir dann, äh, mal zu einem anderen, ja gut, einen anderen Schauplatz nicht unbedingt, aber mitten ins Getümmel, nämlich zu Caleb und Frankie. Frankie wurde ja bekanntlich angeschossen und hat jetzt ein verletztes Bein, mit dem sie ja auch mehr als schlecht vorankommen. Stubbs haben sie ja auch noch im Schlepptau und sie haben dann vor, sich eben zum Hafen durchzuschlagen, wo ja Frankies Freundin Odina mit einem Boot auf sie wartet, mit dem sie dann ja entkommen wollen. Frankie ist dann aber doch sichtlich angeschlagen, kann sich auch nicht mehr wirklich gut vorwärts bewegen, die braucht eine Pause und Caleb will dann ihr Bein so notdürftig verarzten. Währenddessen ist ja um die herum, ja, da ist nicht ganz so viel Chaos tatsächlich, wo sie sind, ne? Wobei um sie herum doch irgendwie auch Leute erschossen werden und alles Mögliche, also, shit hits the pan, wie ich's schon meinte. Und Stubbs hat dann aber Bedenken, ob sie es schaffen und zwar nicht, ob Frankie es schafft, sondern eher, ob Caleb es schafft. Und da muss ich mich schon so ein bisschen fragen und das war auch schon so, was ich mich so, also, wo ich mich schon gewundert hab in der siebten Folge, Frankie ist doch wirklich nicht auf den Kopf gefallen und auch sehr abgeklärt und taff. Die wird doch drauf kommen, dass ihr Vater kein Mensch ist, oder? Ja, auch da mal wieder die Frage, wie sollst du das als Zuschauer wahrnehmen und wie sollen die Charaktere das selbst wahrnehmen? Halt dieses, wie mit Hale, ihr fällt gar nicht auf, wie menschlich sie eigentlich ist bei ihrem Hass auf die Menschheit. Und dann eben auch hier die Frage, kann Frankie, weil dann nun mal eine täuschend echte Version ihres Vaters vor ihr steht, das im Hinterkopf Wissen, aber es irgendwie ausblenden? Allein schon eben wegen der Freude mit ihrem quasi Vater mal widersprechen zu können. Das ist wohl so ein bisschen, sie weiß es irgendwo, aber für diesen Moment gibt sie sich halt der Illusion hin. Ich glaube auch, dass sie mehr überwältigt ist. Das hat mich tatsächlich auch gar nicht so, oder es ist mir tatsächlich jetzt, wo du es sagst, natürlich, aber es ist mir gar nicht so aufgefallen. Also, weil ich es, glaube ich, auch eher auf die Überwältigung erst mal geschoben habe. Oder die Situation auch, ne? Das ist ja auch eine Stress, eine Anspannung. Ja gut, auf der anderen Seite kommt sie ja ein Stück weit, also sie spricht es ja so oder so nicht wirklich aus am Ende dann dieser Folge bei dem großen Abschied. Aber ich muss sagen, ich hätte es doch irgendwie spannend gefunden, wenn sie dann vielleicht mit ihrem Vater in Anführungsstrichen gefremdelt hätte, weil man hat ja bereits gehört in Folge 6, dass sie nicht allzu gut auf Hosts zu sprechen ist, ne? und auch nicht so wirklich damit umgehen will oder auch gar keinen Umgang damit haben möchte. Aber ja gut, das hätte hier vielleicht auch ein bisschen reingequetscht gewirkt. Übrigens noch mal große Props generell für die ganze Folge an Aaron Paul, der den Verfall von Caleb echt gut spielt. Also, der hat ja eine zitternde Hand wie Bernard. Das erinnert auch so ein bisschen an Staffel 2, wo Bernard halt Cortical-Flüssigkeit brauchte und sich dann aufgeführt hat wie so ein Alkoholkranker. Und das finden wir ja auch noch mal wieder. Aber Caleb hat ja auch teilweise manchmal so Aussetzer beim Sprechen fast schon, hatte ich den Eindruck. Also, das fand ich sehr, sehr stark gespielt und auch mit schönen Nuancen, wie ich finde. Ja, überhaupt ist Caleb bei mir in dieser Staffel sehr gewachsen. Du erinnerst dich an den Beginn unserer Staffel-4-Besprechung, als ich gesagt habe, Calebs Charakter ist für mich irgendwie das, was sich am wenigsten nach Westworld anfühlt. Weil in Staffel 3 hatte ich halt gewaltige Probleme mit seiner Figur irgendwo. Auch im Nachhinein beim Rewatch umso mehr. Aber hier, was sie mit dem Charakter gemacht haben, gliedert sich besser in die Handlungskonstrukte und auch in das Zusammenspiel mit den anderen Charakteren ein. Aaron Pauls Performance ist super. Ich bin von Staffel 4 Caleb deutlich mehr angetan, als ich es von Staffel 3 Caleb war. Ja, da würde ich zustimmen. Vor allem ist der auch echt insgesamt einfach schauspielisch gewachsen. Also, ich meine, ich habe ja letztens noch mal in Better Call Saul, es taucht ja jetzt auch noch mal zum Ende hin auf. Spoiler, Mann! Ja, ach, komm, das wissen alle. Ja, klar wissen das alle. Ich wusste nicht. Da muss ich sagen, da wirkt er auch so ein bisschen komisch. Weil man sieht halt, ich meine, die Szenen, die sie da spielen, die sind in einer Timeline mit Folgen von 2009. Und man sieht halt schon, dass er deutlich älter geworden ist. Und er hat jetzt hier in Westworld, hat er wirklich überhaupt nichts mehr von Jesse Pinkman. Das liegt aber vielleicht auch an den langen Haaren und dem Bart, ne? Was für wilder. Und er sagt nicht die ganze Zeit Bitch am Ende von jedem Satz. Nee, er ist ja einfach deutlich anders. Also, ich muss sagen, er gefällt mir auch wirklich in der Staffel hier deutlich besser, weil er hier einfach ein aktiver Charakter ist. Er sagt ja dann auch hier, er will Frankie so gut es geht schützen, weil er konnte ja sein ganzes Leben nicht für sie da sein. Da war ich aber auch so am Überlegen, weil er auch ... Und da ist auch ein bisschen eine verspielte Chance, weil er sagte nämlich in der siebten Folge mit so einem Brustton der Überzeugung, als sie sich da halt wiedersehen, ja, ich bin ich. Also, da dachte ich mir so, ist das jetzt ein Caleb, der eventuell gar nicht weiß, dass er ein Host ist? Also, ja gut, für sowas war halt hier kein Platz mehr, ne? Das ist halt, ja. Ah, ich denke schon, dass er das weiß. Du hast ja in der einen Folge, in Folge 6 war das doch zum Ende hingesehen, wenn er abermals erschaffen wird und Hale weckt ihn quasi auf und beginnt das neue Spiel mit ihm. Und doch, ja, ich denke schon, dass er es weiß. Wir sehen dann vor allem das, also, hatte ich ja schon gesagt, hier ist nicht ganz so viel Chaos, aber die Straßen sind trotzdem Leichen gesäumt und Leichen gesäumt beziehungsweise Leichen pflastern ihren Weg. Hey, Loris, die sich auch den Weg durch das Chaos bahnt auf dem Times Square ist und zugleich wütend und fassungslos, was hier abgeht und sticht sogar noch nebenbei einen Passanten ab. Und hier hat man tatsächlich gesehen, und das hat das Making-of auch bestätigt, insbesondere wenn es um eine sehr viel spätere Szene da mit Dolores geht. Das hier wurde tatsächlich mit The Volume, also halt der Stagecraft-Technologie aus The Mandalorian gedreht, ne? Die heißt so? Oh. Ja, die heißt jetzt The Volume neuerdings. Also, für mich war das einfach immer nur, platt gesagt, der Gebrauch von LED-Screens. Ja. Anstelle von Blue-Screens. Aber man hat es schon ein bisschen gesehen, ne? Tatsächlich. Ah, ich fand das war cool, weil da war halt, diese Illusionen kamen so gut zustande, weil halt an dieser Stelle, die quasi der Times Square, den Times Square simulieren soll, ja sowieso nichts anderes sind als Werbetafeln. Das ist ja sowieso einer der künstlichsten Orte der ganzen Welt. Von daher griff das optisch wie auch thematisch schön ineinander. Ja, gut, da hast du natürlich recht. Sie begibt sich aber, wie der erwartet, nicht sofort irgendwie zum, ja, zum Staudamm eigentlich, sondern erst mal zum Kryosark von Human William, also dem menschlichen William. Und der hängt da immer noch tot auf seinem Rad und Blut hängt immer noch auf dem Boden. Und man kann, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass er tot ist. Also sonst wird es so langsam wirklich Hanebüchen, was Rückbringung von Charakteren angeht. Aber man hat ja auf der anderen Seite in Staffel 3 auch schon gedacht, wo ihm die Kehle durchgeschlitzt wurde von seinem eigenen Host, dass er jetzt wirklich endgültig weg wäre. Aber spielt dir das eine Rolle? Weil, also, wir haben ja jetzt quasi unseren anderen William, also ... Ja, ja, das ist ja auch der springende Punkt bei der Folge, ne? Dass William, dass sein Körper zwar zerstört ist, aber seine Ideologie und seine Überzeugung und sein Rache-Durst trotzdem weiterleben. Mhm. Dann steht da Charlotte und sagt so zu sich selbst eigentlich, beziehungsweise, also, dass William endlich das bekommen hat, was er wollte. Sie sieht wahrscheinlich auch das feiste Grinsen auf seinem Gesicht noch. Und bevor sie dabei irgendwas machen kann, kommt Clementine herein. Da dachte ich mir so, ach, die gibt's ja auch noch. Ich meine, wann haben wir die zuletzt gesehen? Ich glaube, in Folge 5 oder so? Ja, nicht auf dem Golfplatz, danach haben wir sie noch mal gesehen. Was ein bisschen schade ist, weil es ist irgendwie ... Ich muss sagen, diese Angela Seraphine lerne ich immer mit jeder Staffel mehr zu schätzen. Ja, das ist ... Also, kein anderer Season-One-Charakter wird in dieser Staffel so sporadisch eingesetzt wie sie. Das ist schon komisch. Aber okay, Clementine war nie ein besonders ausgeprägter und für die Handlung wichtiger Charakter. Von daher, warum sollte man das plötzlich ändern? Also, ich mag Angela Seraphine, ich mag die Art und Weise, wie sie sie spielt. Aber wenn man sich das große Ganze betrachtet, war Clementine nie was anderes als ein Host von vielen, der halt immer nur mit den wichtigen Hosts interagiert hat. Und deswegen kommt es einem vielleicht so vor, der Charakter wäre ein bisschen wichtiger, als er es in Wahrheit ist. Ja, also, wenn das hier wirklich ein Videospiel wäre, dann wäre Clementine, glaube ich, ein NPC. Ja, total. Ja, und also auch eine Figur, die ... Ich hab's auch nicht verstanden, warum er ihr überhaupt noch diesen Handlungsstrang jetzt hier beschert. Beschert kann man es nicht nennen. Ich fand, das war nämlich ein nächster 180 Grad. Plötzlich von der ... Von der ... Ja, keine Ahnung. Ja, doch. Also, von der Dienerin, aber schon einer etwas kühleren ... Oder ja, schon ... War ja auch schon hailartig, die aber jetzt dann auf einmal so wieder ... Und ich weiß gar nicht, kommen wir schon zu der anderen Szene da? Oder ist das ... Jetzt verschwimmt bei mir alles. Na, wo Clementine dann gegen ... Nee, nee, da kommen wir noch nicht. Nee, da sind wir noch nicht. Oh Gott. Aber noch mal im Hinblick aufs Schauspiel, ich muss sagen, ich finde es von beiden Darstellerinnen hier ziemlich großartig, wie die ... Also, ich weiß nicht, wenn die Serie irgendwann mal durch ist, dann können die Schauspieler eigentlich hier jahrelang Kurse geben, wie man glaubhaft menschliche Roboter spielt. Weil das ist so großartig. Also, man muss mal drauf achten, wie Angelus Seraphim so die ... Ja, die ganze Haltung ihrer Arme und auch ihre Bewegungen und gleichzeitig aber auch was sich im Gesicht so tut. Also, es ist großartig. Die schaffen wunderbares ... Also, es ist niemals klischeehaft, roboterartig und zugleich auch nicht zu menschlich. Es ist wirklich ganz großartig. Hat auch vor allen Dingen immer was, was ja furchteinflößend ist oder was ... Ja, so Uncanny Valley schon eigentlich, ne? Ja. Ja, vor allen Dingen, die Darsteller hier zeigen mit der Performance, wie viel Nuancen man da eigentlich einfließen lassen kann, in diese Idee, eine Maschine zu verkörpern, die sich menschlich gibt. Ja. Da kann man halt eigentlich schon, wie sie hier zeigen, so viel mehr rausholen als nur hasta la vista, baby. Ja, 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 ja. Alles, was man in der Vergangenheit zugesehen hat, verblasst gegen das hier total. Ja, gut, das ist halt eine Serie, ne? Aber auf jeden Fall hat Clementine ja auch ein gewisses Verständnis für die Situation. Also, sie versteht, dass William eigentlich nur ein Haustier war und dass das jetzt auf Herr Loras alles zurückfällt. Die will William ja ausschalten. Und Clementine meint ja, sie könnte helfen. Und dann ist auch so, also, da merkt man auch, man darf nicht vergessen, die wurde ja auch erst getötet von William und dann eigentlich so umprogrammiert ein Stück weit. Die meint ja dann so, ja, also, sie könnte ja gut und gerne helfen. Und ihr kommt das so vor, als wäre sie nur allein dafür da. Und sie hat aber doch irgendwie andere Pläne. Also, sie bietet zwar Herr Loras an, die Ausreißer zu finden. Eigentlich hat man aber dann doch, also, ich weiß nicht, wie es bei euch angekommen ist, aber bei mir ist es nicht so, also, ich habe es nicht so verstanden, dass sie die jetzt alle killen will, sondern eher, dass sie einen Rückzugsort sucht, was ja dann auch dazu passen würde, was wir in Folge 2 als allererstes von ihr in der Staffel gesehen haben. Nämlich, dass sie da irgendwo, ja, auf dem Land eigentlich ein ruhiges Leben führen wollte, ne? Ja, stimmt. Ja, aber ich glaube, also, aber die Ausreißer, also, beziehungsweise, Hey Loras sagt ja dann auch schon, ja, denkst du, die Ausreißer akzeptieren halt einfach einen Host? Mhm. Oder so, und dann sagt sie jetzt schon, ja, die, so nach dem Motto, ja, die werde ich schon dazu bringen, dass sie mich akzeptieren. Also, es klang für mich schon danach, und notfalls auch mit Gewalt. Aber nicht für Hey Loras. Das ist der springende Punkt. Sie wollte, sie hätte dann die Menschen da aus dem Weg geräumt, um sich da ein ruhiges Plätzchen, glaube ich, einzurichten. Ja, ja, also, ja, für sich halt. Ja, genau. Nee, stimmt, das ist absolut d'accord mit dem Anfang. Das stimmt, das hatte ich auch völlig vergessen, mit dem, was Clementine da eigentlich vorhatte. Nur, wenn du sagst, ich werde schon dafür sorgen, dass sie mich akzeptieren. Paul, das muss nicht zwingend Gewalt sein. Ich meine, Reusper, Reusper, was hatte Clementine noch mal für eine Rolle im Park? Vielleicht bietet die denen was anderes an. Ja. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, also, sie hat ja davon gesprochen, dass es nicht unbedingt darum geht, sich das irgendwie zu teilen. Aber ich habe den einen, die will sich in erster Linie von dann machen. Dann, ich glaube, die geht einfach raus aus der Szene. Wir sehen sie dann ja auch später noch mal. Hey Loras wendet sich dann kurz William zu und anschließend Host William beziehungsweise will ihn lokalisieren, checkt dann, welche Hosts in seiner Nähe sind und aktiviert die, auf ihn loszugehen. Und das lässt auch nicht lange auf sich warten, denn William fährt mit dem geklauten Wagen durch die Pampa. Und ich muss sagen, ich fand es sehr geil, was er da im Radio laufen hatte. Was war denn das? Ich habe auch kurz gedacht, aber ... Das war Ring of Fire von ... Ach ja, richtig, Ring of Fire. Ich habe auch dann kurz so ... Ich habe erst gedacht, ist jetzt hier irgendwas angegangen? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gedrückt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte? Die Frage ist, warum hat es bis Staffel 4 gedauert, wo man den Man in Black tatsächlich mit einem Johnny Cash-Song unterlegt? Das ist so das Offensichtlichste vom Offensichtlichen. Warum hat es bis Staffel 4 gedauert, bis man so was mal macht? Ja, vielleicht, weil sie Ring of Fire nehmen wollten und er jetzt hier praktisch alles in Brand setzt. Oh, ja, stimmt. Hätten schwer Fall zum Prison nehmen können. Das stimmt, das hätte nicht so gepasst. Ja, gut, ich kenne mich jetzt auch nicht so aus mit Johnny Cash. Jedenfalls, diese Hosts öffnen dann relativ schnell das Feuer auf ihn, also irgendwie vom Straßenrand. Habt ihr die erkannt? Also ich zumindest ein. Ja, das war doch Dings. Sein bester Freund, sein ewiger Gefährte, der Mann mit der Schlinge um den Hals. Nee, eben nicht. Nein, das war nicht Lawrence. Nein, das war Credoc. Wer war das noch mal? Das ist einer von den Konferrados, den er auch getötet hat in Staffel 2. Ah, Gott. Und der ihm aber auch ordentlich ... Also da ist ja eine großartige Szene in Staffel 2, wo Credoc genau dasselbe mit Lawrence' Frau macht, was William in Staffel 1 mit der getan hat. Also ihm so richtig schön den Spiegel aufsetzt. Und da vollzieht dann William ja tatsächlich eine gute Tat, indem er die rettet. Und der Typ krepiert dann, glaube ich, indem er ... Ich glaube, der lässt den Invenidro Glycerin schlucken oder so was? Boah, das weiß ich nicht mehr. Credoc hatte auch noch mal einen ganz kurzen Auftritt in dieser Psychiatrie-Szene da in der dritten Staffel. Da kommt der dann rein und geleitet dann William in diese Intervention, kann man es ja nennen, ne? Ja. Und den anderen habe ich aber wirklich nicht erkannt. Also das ist ja Jonathan Tucker hier, der war ja, wie gesagt, auch schon hier drin. Der war auch, doch genau, in Hannibal war der auch drin. Und auch in Person of Interest hatte der mal eine Gastrolle. Äh, finde ich immer wieder schön. Sie kommen dann auf den zu und Credoc tönt dann schon großartig rum. Ja, was geschah eigentlich mit Icarus? Er flog zu nah an der Sonne. Ich muss sagen, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen aufgesetzt. Ja, ich fand's lustig, wie William die so abgefertigt hat in so einer erfahrener alten Mann-Pose. Wie so, ey, ihr Punks wisst eine gute Maschine einfach nicht zu schätzen. Schaut euch mal an, was er hier angerichtet hat. Das hatte so was Clint Eastwood-artiges. Das war wunderbar. Ja, ja, das konnte auch bei Ed Harris wirklich gut. Aber ich fand halt diesen Monolog hier von wegen mit Icarus, das fand ich, das passte nicht zu Credoc. Weil der ist jetzt nicht unbedingt ein Intellektueller. Auf der anderen Seite war der, glaube ich, ein sehr gläubiger Typ. In der zweiten Staffel, wo Dolores ihn da ja, glaube ich, vor seinen Männern aufschlitzt und dann wiederbelebt. Aber das fand ich hier so ein bisschen forciert tatsächlich. Auch wenn Icarus im Hinblick auf die dritte Staffel eigentlich interessant ist, wenn man sich da so den Vorspann mal ansieht. Naja, jedenfalls schaffen sie es natürlich nicht, William zu fällen. Wer hätte es gedacht? Die wollen ihn eigentlich aus dem Auto zerren, was ja irgendwo gegengebrettert ist. Er schießt die aber beide und Credoc lebt da noch so ein bisschen. Und William, hast du ja schon gesagt, so, ja, Old Man mäßig. Na, also wirklich schon so in Clint Eastwood-Manier hat man ja auch schon, glaube ich, in einem der Trailer gesehen. Also die haben keinen Respekt vor einer schönen Maschine wie ihm. Und Credoc hat aber noch was fallen lassen, denn der hat eine Holo-Brille bei sich, wie man die ja auch schon oft in Staffel 3 gesehen hat. Eigentlich eher bei Inside. Und ja, ich dachte mir so, ach Gott, ey, nach 30 Jahren habt ihr immer noch diese komischen Hologramm-Brillen, also die immer noch scheiße aussehen. Äh, also, weißt du noch, glaube ich, Christopher, dass ich damit nicht warm wurde, ne? Ja, aber sie erfüllen, die Brillen erfüllen irgendwo ihren Zweck. Sie sind handlich, sie sind praktisch. Also, was will man da irgendwie Neues erfinden? Kontaktlinsen wäre viel zu kompliziert. Also, klar ... Dolores hatte eine in der dritten Staffel auch. Ja, aber irgendwo kann ich das verstehen, dass man da sich jetzt nicht, äh, technologisch weiterentwickelt hat. Ja. Was ich sehr interessant fand hier, äh, ist tatsächlich auch Musik aus Staffel 3 zu hören, die eher zu Inside gehört, aber naja. Hey, Loris, äh, sieht er dann vor sich, als er die, äh, sein Nasenfahrrad da aufsetzt, äh, die sitzt auf einem Baumstumpf, was so ein bisschen seltsam war, da dachte ich mir, wo sitzt die denn jetzt wohl gerade wirklich drauf? Also, die sitzt da wohl kaum irgendwie bei sich unterwegs oder was auch immer auf einem Baumstumpf. Also, gut, sie saß dann in diesem, diesem, äh, Hovercraft, aber dass dann ausgerechnet dieser Baumstumpf genau ihre Sitzhaltung übernimmt, das war schon ein bisschen merkwürdig, oder? Ey, äh, du hängst dich an Details auf, keine Ahnung. So bei mir, ich hab das gar nicht in Verbindung, was jetzt die telefonierte Haltung gut ist. Was, was sagt sie dann, glaub ich, also von wegen, er hat ihre Welt in ein Spiel verwandelt und er meint, es war auch schon vorher ein Spiel, ich hab bloß den Schwierigkeitsgrad erhöht auf Survival of the Fittest. Och, das ist ja auch wieder so ein, ach, ist auch wieder so eine Phrase, so eine Dropline, die. Hm. Aber er hat vorher noch nie Survival of the Fittest gesagt. Boah, in der siebten Folge. Okay. Nein, aber so, ich hab die Spiel, auch die, ich hab die Spielregeln schärfer oder was schwieriger gestellt oder, das ist sowas typisch von William und es ist, es, es schränkt diesen Charakter wieder so ein. Inwiefern? Ja, weil er dadurch wieder genau das ist, was er schon in Staffel 1 oder in Staffel, also das, was er schon immer war und ich finde, es nimmt ihm die Facetten beispielsweise, die sich in Folge 5 angedeutet haben. Das ist klar, aber es passt natürlich trotzdem mit zu seinen Entwicklungen, die er hier gemacht hat. Da liegt es eher daran, dass du mit der Entwicklung ... Ja, aber seine Entwicklung ist ja quasi einfach ... Ja, die Entwicklung ist ja einfach einen Schritt zurück. Ja, natürlich, klar. Ja, deswegen, also ich nehm's nicht als Entwicklung wahr, natürlich ist es eine Entwicklung wieder, aber es ist halt die Entwicklung hin zum Altbekannten und das ist halt so, ja, okay, danke für nix. Ja, da hatte ich ja in der dritten Staffel ja auch schon Probleme mit, dass diese ganze Entwicklung auch von wegen, I'm gonna save the fucking world, dass das auch irgendwie ein bisschen witzlos war. Also das kam jetzt hier dann zwar zurück, aber weiß ich nicht, er will ja erst irgendwie einen auf Weltenretter machen und wird dann halt von seinem eigenen Host gekillt. Ja, aber ich mag den ... Ich mag ... Das ist ja vielleicht auch mit Absicht ein Bogen, der da gespannt wurde. Du hast William am Ende der dritten Staffel mit der Ausrichtung, ich möchte Gutes tun und die Welt retten. Und hier will er tatsächlich die Welt retten. Nur ist die Welt mittlerweile eine andere und sein Vorhaben wirkt unter den neuen Bedingungen nicht mehr so nobel, wie es am Ende von Staffel 3 klang. Nee. Also, du hast hier ganz bewusst wieder mal ein erneutes, komplett auf den Kopf stellen vom Good-Guy-Bad-Guy-Konzept. Ja, das macht die Serie ja immer wieder, ne? Ja. Aber wann war ... Warte, hab ich was verpasst? Wann war William denn der Good-Guy? Ja, am Ende der dritten Staffel klang das so, dass er ... Ich räume jetzt hier auf und räume die Hosts weg und rette die Menschheit. Und es klang an der dritten Staffel wirklich so, als hätten wir jetzt Hero William. Und hier kommt dieser ... Der Mann in Wunsch. Ja. Und hier kommt dieser Wunsch, sich gegen Hale aufzulehnen, wieder. Nur ist es jetzt unter den neuen Bedingungen nicht so nobel, wie es am Anfang gedacht war. Okay, das hatte ich auch so überhaupt nicht verstanden. Ja, ganz zu mal sehen. Nur, das hat auf mich überhaupt nicht so gewirkt, als wäre der ... Weil ... Nee. Staffel 3 ist ja auch schon jetzt wieder zwei Jahre, ja. Exakt. Nein, und auch ... Also, für mich ist er die ganze Zeit über dieses ... Außer eben in der Folge 5. Da gab's so einen kurzen Moment, wo er da auf diesen Turm starrt. Ja, weil er da natürlich auch andere Einflüsse hatte, ne? Ja, und warum geht man nicht darauf? Warum kommt man im ... Naja. Ja, ich hätte da auch gern noch mal ... Also, ich kann es verstehen. Äh, ich mein, äh, Folge 5 hat irgendwo auch dann ... Also, großartig, wie ich die fand, aber die hat auch irgendwie vom ... Ja, vom Pacing her auch so ein bisschen irritiert, weil man dachte sich, man ist jetzt hier auf der Hälfte der Staffel. Und plötzlich machen die so eine ruhige Folge und dann ... Folge 6 ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel passiert und deshalb müssen sie jetzt hier irgendwie ein bisschen voranpreschen. Also, da stimmt das Pacing der Staffel leider nicht. Nein, ja, stimmt. Darauf ... Genau, dazu wollte ich auch noch was sagen. Ganz am Ende, wo wir vielleicht langsam hinkommen. Das sind noch ein paar Szenen, ich weiß. Ja. Ach so. Ah ja, gut. Okay, dann wirst du dann darauf kommen. Okay, ich hatte jetzt noch irgendwas gewartet. Äh, jedenfalls kommt in diesem kurzen Dialog auch noch mal Heyloris eigentliche Befürchtungen halt zum Tragen, dass ... Also, sie hat halt Bedenken, dass diese Welle der Gewalt auch auf die Hosts übergeht und dass die halt in der Minderheit sind. Und das, das ... Naja, sie will halt dann doch nicht, dass das beide Spezies ausgelöscht werden, beziehungsweise sie will wahrscheinlich auch irgendwo die Menschen noch eine Weile als Lasttiere benutzen irgendwo. Und William, äh, sieht aber kein Problem, da reinen Tisch zu machen. Er meint ja, unsere Spezies sind eigentlich die Früchte eines morschen Baums und da kann's nicht schaden, alles niederzubrennen. Und, äh, da kommt sie dann auch so langsam auf den Trichter, dass er vor allem im Sinn hat, auch das Host-Paradies zu zerstören und ist dann erfreut, dass sie das so langsam geschaltet hat und, ja, jetzt beginnt so ein kleiner Wettlauf dahin eigentlich, ne? Also, er, äh, in Anführungsstrichen noch zu Fuß, dann später nicht mehr und sie in ihrem Hovercraft, sie wollen jetzt beide zum Hoover-Damm und, äh, William findet dann aber schnell einen Ersatz für sein kaputtes Auto, nämlich ein Pferd in der Nähe und, äh... Ja, ein schwarzes und ein weißes und er nimmt natürlich das schwarze. Dö, 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 dö... Düm, 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 düm... Auch wieder. Oh, das war wundervoll. Das war ein wundervoll klassischer Übergang zu Classic William. Auch wie man da wieder den Score eingesetzt hat, wie er da eingeritten kommt. Wundervoll. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass Westworld schafft es wie kaum eine andere Serie, Verweise auf sich selbst einzubinden, die das Fanherz höher schlagen lassen, ohne jemals so furchtbar selbstreferenziell wirken zu wollen. Also das sind niemals einfach nur Member Berries. Also ich okay, für dich mag das vielleicht jetzt anders wirken, aber wir haben ja schon öfters gesagt, wenn sie Klassik Westworld Stuff reinbringen, was ja toll ist, weil wir uns ja vom Originalkonzept schon ziemlich weit entfernt haben, dann ist das immer so ein bisschen, ah, weißt du noch, wie es früher war? Weil, wie gesagt, es ist ja, wir sind ja schon lange nicht mehr da, wo wir am Anfang waren. Darum finde ich solche Verweise immer wieder ganz nett. Ja, ich finde, sie werden einfach an den richtigen Stellen angestreut und es ist jetzt nicht irgendwie einfach nur, ja gut, gewisse Sachen könnte, also vor allem Figuren, ob die jetzt halt nochmal auftauchen müssen, aber sei es drum, also bei jemandem wie Credoc, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht als Fanservice werten. Nein, aber wieder William in klassischer Montur auf dem Pferd und du hörst das zu ihm, das war super. Ja, das ist klar, wobei lustigerweise auch mit einer altmodischen Pistole aus dem Pestern, also naja, er haut trotzdem alle weg, es ist halt Ed Harris im absoluten Killing-Mode, ne? Aber, äh, bevor wir da noch weiterkommen, äh, schwenken wir nochmal über zu Caleb und Frankie, die sich in so einem Kaufhaus verbarrikadiert haben. Caleb findet allerdings keine wirklichen Schmerzmittel, also muss Alkohol herhalten, während Stubbs den Eingang verbarrikadiert mit Einkaufswagen und so weiter. Gibt er seiner Tochter dann Alkohol und was macht die? Die genehmigt sich erstmal einen Schluck und er auch. Das war ja irgendwie eine schöne ironische Geste, fand ich, wie er das dann auch kommentiert, von wegen, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mit meiner Tochter mal zusammen noch einen trinke. Weil eigentlich soll das Ganze ja für Desinfektion verwendet werden. Das fand ich eine ganz nette, ironische Spitze an der Stelle. Ja. Und dann der folgende Dialog zwischen Caleb und Frankie, als er ihre Wunde versorgt und dann das Titel gegebene Lied, Kay Serra, Serra summt. Also man sieht auch, dass Caleb schon echt angeschlagen ist, die Hand von dem zittert und da dachte ich mir auch so äh, davon oder der soll dich jetzt nähen und er macht das ja auch wohl nicht allzu toll, wie sie es dann später kommentiert und sie reden dann aber vorher noch, also Frankie spricht ihn dann sogar relativ so out of the way damit an, ja du kannst jetzt ruhig mal auch nach meiner Mutter mal fragen, also Uwade und die erzählt dann ihm kurz und knapp, dass die anscheinend Krebs hatte und dass selbst wenn er zur Familie zurückgekehrt wäre, dass das auch nichts geändert hätte, aber dass die halt lange durchgehalten hat, wie sie konnte und dass die halt während ihrer Zeit, die ihr noch blieb halt Ausreißer gerettet hat oder Leute, die nicht infiziert waren, befreit hat, was auch immer. Ja. Und an dieser Stelle, wo wir halt mal wieder Familientalk haben, ganz ganz liebe Grüße an den Thilo, ich nehme mal an, der hat bei der Stelle das blanke Kotzen gekriegt. Och, glaube ich nicht. Also, allein schon, dass Maeve nicht in der Folge war, also wirklich überhaupt nicht, obwohl sie, ich musste auch zweimal hingucken, ich dachte wirklich, Fendi wie Newton steht eventuell nicht mal mehr im Vorspann, weil sie ja wirklich überhaupt nicht zu sehen ist, also nada. Ja. Was dann schon im Hinblick auf ein Serienende schon echt sehr unbefriedigend wäre an der Stelle, weil Maeve ist nun mal einer der, der Favorites, ne? Naja, jedenfalls draußen, Leichen, Chaos, das übliche halt, Apokalypse, irgend so ein Mann mit Waffe schafft es doch ins Gebäude einzudringen, durch in die Hintertür. Und während, äh, Caleb seine Tochter verarztet, fängt er eigentlich eher so out of the place, äh, anzusummen. Que sera sera, was er ihr eben beim Einschlafen immer vorgesungen hat vor gefühlten tausend Jahren. Und auch wenn für sie das zwei Jahrzehnte her ist, fühlt es sich für ihn als wäre es ein paar Tage her. Und ja, que sera sera ist ja nicht unbedingt einfach nur hier, um hier zu sein, sondern das ist ja ein ganz bekannter Song und eben auch eine Hitchcock, Alfred Hitchcock-Referenz. Äh, der Song, der wurde ja ursprünglich tatsächlich für den, äh, Film, der Mann, der zu viel wusste, mit Doris Day, äh, komponiert und ist seitdem auch aus der Popkultur eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und der hat ja, also, que sera, sera, äh, ist ja hier, whatever will be, will be. The future's not our to see. Genau, lässt sich dann auch auf die Folge gut übertragen und in diesem Song geht's ja eigentlich auch darum, dass, äh, Kindergenerationen ihre Eltern über ihre Zukunft fragen, also ob es jetzt Mutter oder Vater ist und die bekommen eigentlich immer dieselbe Antwort, que sera, sera. Ne? Passt die hier tatsächlich gut rein und passt auch gut zu der ganzen Folge, was mich nur ein bisschen stört, hätte man das nicht vielleicht ein bisschen eher etablieren können? Ich meine, wir haben doch in der ersten Folge, die auch vor allem ja auch von Richard J. Lewis gedreht wurde, also da gab's ja eine Szene, wo er sie ins Bett gebracht hat, aber da liest ja irgendeine lahmarschige Gute-Nacht-Geschichte vor, da hätte ja das eher kommen können, das wäre ein schöner Zirkelschluss gewesen, oder? Ja, ja, finde ich auch. Ich finde diese ganzen Themen, gerade was die Folgentitel anbelangt, das kommt auf mich manchmal so rüber, wie ein Gimmick von Westworld. Das ist mir auch schon, äh, bei bei der, bei meiner, auch ich mag Folge 5 sehr. Ich auch. Aber auch, aber auch die hatte ja den Titel, äh, wie hieß es, Suang Si? Suang Si. Und, genau, und ja, natürlich lässt sich dieser Titel dort wiederfinden, natürlich spielt es irgendwo eine Rolle, aber manchmal hab ich das Gefühl, man schlägt so, äh, die Macher schlagen so mal das Buch ab, was könnten wir uns denn für einen fancy Titel, was noch vielleicht die ganze Sache so ein bisschen unterfüttert, es wirkt auf mich manchmal ein bisschen gewollt. Oder, genau, gewollt. Deswegen, ich finde, es ist nett und ich finde, wie gesagt, bei der Folge 5 zum Beispiel kann man sich dann auch viel da zusammenreimen, man kann noch viel entdecken, könnte man vielleicht auch noch tiefer verspinnen oder ein, oder zumindest, wie du es gerade gesagt hast, das hätte man auch schon früher etablieren können. Es stört mich jetzt nicht total, aber es ist auch noch so ein Gedanke, der mir dann immer hinterher, oder der mir da schon in Gedanken schwebt, wenn ich eben, wenn ich mir schon allein die Titel immer durchlese, wo ich sage, aha, okay, welches Nachschlaggefährige, oder was habt ihr da gerade wieder aufgeschlagen, dass ihr jetzt genau den Philosophen dieses Lied oder diese Theorie oder was auch immer da als Titel ins Zentrum ja irgendwie stellt. Ja, nein, das ist, das ist alles ganz clever erdacht und gewollt von den Westworld-Autoren. Und in Wahrheit sitzt er irgendwo in den HBO-Büros, ein übergewichtiger Nerd und, und durchsucht irgendwie alles und geht dann zu den Nolans und zu Lisa Joy. Kennt ihr den chinesischen Philosophen Shang-Chi? Also, ich habe was gefunden, das passt hervorragend. Ja, ich glaube, das finden die selber, aber das, also ich kann schon verstehen, also ich meine, es ist ja Christopher Nolan auch oft vorgeworfen worden. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass sie das allem nicht unbedingt aufdrücken und viele beachten ja eigentlich die Folgentitel gar nicht wirklich. Nee, eben deswegen, also ich finde es auch nicht so schlimm und wie gesagt, man kann sich ja auch damit reinleihen, es wird jetzt nicht so immer wieder um sich geworfen oder so, jetzt spielt es ja halt mal kurz eine Rolle und wie gesagt, das ist auch nicht, würde ich jetzt nicht sagen, dass das mich so sehr stört, aber es ist mir halt aufgefallen. Ja, ja, nee, es kann ich, kann ich ja ein Stück weit auch ja nicht teilen, aber ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ich finde es halt schön, dass das, ja gut, ich meine, ich bin jemand halt, der die Bedeutung von so folgenden Titeln googelt, aber das muss man ja nicht, das ist ja, das ist ja das Schöne daran. Nee, genau, ja. Die, das sind eigentlich nur so kleine Denkanstöße und wenn man sich damit jetzt, also gerade bei Folge 5, wenn man sich damit nicht länger auseinander gesetzt hat oder gar nicht erst den, die, das Bedürfnis hatte, da mal nachzusehen, was da, was es damit auf sich hat, dann ist dieser Titel völlig nicht sagend. Ja. Wie man ja auch bei Thilo gemerkt hat, der hat ja auch nicht wirklich so die Titel mitbekommen. Es ist jedenfalls, äh, kann man geteilter Meinung drüber sein, ob sie sich immer was dabei denken oder ob dann eben dieser übergewichtige HBO-Praktikant sagt, wenn wir das einsetzen, dann werden die Zuschauer das googeln. Also ich würde es tun. Ja. Ich glaube eher, dass die Nolans das zum übergewichtigen HBO-Typen sagen und nicht umgekehrt. Aber wir fahren mal mit der Szene hier fort. Sie hören jedenfalls ein Geräusch und da ist dann klar, das ist dieser Typ mit der Waffe, der da eindringt und um den kümmert sich Stubbs, will ihn aber gar nicht töten und der Typ sagt dann, ja, also wenn du mich nicht tötest, dann bist du selber schon so gut wie tot. Man merkt, das geht halt da eigentlich nur noch Auge um Auge und da existiert eigentlich praktisch überhaupt keine Moral mehr. Es ist natürlich auch alles programmiert sozusagen und sonderlich viel haben aber beide da nicht mehr zu leben, denn sie kriegen beide Kugeln ab von Clementine, die dazukommt, auf beide schießt und Stubbs rammt sie auch noch auf irgendeinen Regalhalter von dem von dem Kaufhaus und durchbohrt damit sein Auge und der liegt dann da wie so eine Puppe und ach, das fand ich, das fand ich nicht so ein, ja, Gott. Und das war der erste Main Character KO von vielen, die in den nächsten 20 Minuten noch folgen werden. Ja, ja, ja. Obwohl ist Stubbs ein Main Character eigentlich nicht, oder? Ja, aber trotzdem, er gehört zum Stammcast Staffel 1. Er hat schon eine gewisse Bedeutung im Gegensatz zu so jemandem wie Clementine. Aber sie haben, das fand ich halt sehr gut, sie haben bei seiner Leiche, also wie es gefilmt war, da hattest du wirklich das Gefühl, das ist eine Puppe irgendwie. Also auch so der Gesichtsausdruck, das unterstrich nochmal, dass er trotzdem kein Mensch ist und vielleicht auch nochmal zurückkommen kann, was weiß ich. Aber ja, ich mochte Stubbs einfach sehr gerne, insbesondere in dieser Staffel. Also, rest in peace, du bist trotzdem immer noch verantwortlich für jeden Host im Park. Ashley. Clementine fackelt dann auch nicht sonderlich lange und tauscht dann ihre Knarre gegen ein Messer und sucht dann Frankie, bahnt sich da so den Weg durch die verwüsteten Gänge, also da ist ja eigentlich, da ist ja irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen in dem, in dem Laden. Findet dann auch relativ schnell die Blutspur, die natürlich nur von Frankie stammen kann und dann auch Frankie selber, die bedroht sie mit der Waffe und Clementine kostet das dann so wirklich aus und fragt sie dann so, ja komm, wie viel Kugel hast du denn? Und ich muss sagen, da war auch eine geile Facette in ihrem Spiel, denn als sie so die Finger hoch hält, wie man das ja eigentlich kennt, also halt so eigentlich eher wie, wie, wie ein Peace-Zeichen oder die Victory, nicht Peace, erst lässt sie den einen Finger sinken und dann dreht sie die Hand, sodass das, äh, das dann halt nur noch ihr Mittelfinger hochsteht. Das fand ich sehr, sehr cool, aber das ist euch nicht aufgefallen, ne? Nope. Nein, das hätte man doch irgendwie, also das hätte ich doch sehen müssen, was war los? Das war eine richtig geile Geste. Hab ich in dem Moment was getrunken oder aufs Handy gesehen oder meinen Sonnenbrand eingecremt? Also das ist keine Second-Screen-Serie hier, ne? Das dürftest du nach vier Staffeln wissen. Ich bin immer mit meiner Full-Attention dabei, aber meine Full-Attention ist halt nicht so stark. Ich bin ein ADHS-geschädigtes Kind, okay? Also das, äh, ja. Gehen wir dich weiter. Kommt da einfach vor. Ich hab die, ich hab die heute früh auch gewuckt, es war, es war noch sehr früh, als ich die geguckt habe. Deswegen, das ist auch nicht aufgefallen. Ich hab mich in der Szene gefragt, warum jetzt Clementine jetzt dort ist. Warum, warum, warum hat sie, wie hat sie die jetzt gefunden, warum ist sie dort? Aber dann hat sie es auch gleich wieder erledigt, weil ich gedacht habe, aha, sie ist genau dort, um dort drauf zu gehen. Alles klar. Äh, es wurde aber gesagt, sie hat ja, äh, über Überwachungskameras und so weiter hat sie ja die Flucht von Caleb und Frankie beobachtet und Caleb eventuell auch tracken können. Ah, ja. Äh, und meint dann aber, dass das ja eh nicht mehr großartig notwendig sei, weil der macht's ja eh nicht mehr lange. Also, die ist schon, die ist schon gezielt da hingegangen und was will sie natürlich aus Frankie rauskriegen? Den Aufenthaltsort der Ausreißer. Frankie sagt dann, ja, mehr oder weniger nur über meine Leiche und, äh, dann sagt sie zu ihr, ja, nee, also erst wirst du es mir sagen und dann wirst du sterben. Und gerade aber, als sie die eigentlich schlachten will mit ihrem wunderschönen Fleischermesser, äh, überrascht sie Caleb von hinten. Und, äh, dann hat Clementine ihn, glaube ich, er, ich glaube, die wirkt ihn so halb und macht sich dann wirklich einen Spaß daraus, ihn fertig zu machen. Und ich muss sagen, der Kampf war zwar sehr kurz, aber sehr geil. Also, ihren Kampfstil fand ich sehr, sehr cool an der Stelle. Ja, da kam einiges an verschiedenen Kampfsport-Einflüssen mit rein. Wenn sie sie am Arm packt und macht dann praktisch so ein Salto und wirft ihn dann über. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich von ihr kam und wie sehr da eine Stuntfrau eingesetzt wurde. Aber das war schon sehr athletisch und sehr, äh, choreografiert. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da unbedingt eine Stuntfrau war. Also, äh, auch wie es gefilmt war, du hast, glaube ich, immer ihr Gesicht gesehen, relativ. Ja. Vielleicht irgendwie ein, zwei Shots oder so, das weiß ich jetzt nicht aus dem Gedächtnis, aber, äh, das hatte für mich eine tolle Dynamik. Also, es hieß ja schon vorher, die ist eine gute Kämpferin und, ja, also, ich meine, die hat ja auch schon in Staffel eins und zwei ordentlich ausgeteilt, ne? Ja, also, ich finde es lustig, dass man da für einen kompletten Kampf mit ihr, dass man sich das mal für ein Staffelfinale aufgehoben hat, weil du hast ja mit bestimmter Absicht zum Beispiel nicht gesehen, was sie mit diesen Secret Service Leuten auf dem Golfplatz gemacht hat. Die lagen, die, die lagen ja dann einfach da. Und dann einfach. Das war herrlich. Ja. Wie sie sich dann so das Blut von den Fingern wischt. Ja, ja. Und dann halt mal zu sehen, was sie eigentlich drauf hat, war dann lustig, dass man sich das aufgespart hat. Ja, Thilo wird sich bestimmt sehr über die Szene gefreut haben. Schöne Grüße. Ist dann wahrscheinlich bei der Abschlussbesprechung dabei, die auf jeden Fall kommen wird bei dieser Staffel, weil es ist ja mutmaßlich eventuell auch das Serienende. Aber da kommen wir später zu. Jedenfalls hat sie dann immer genug von Caleb und ist aber dann doch erstaunt, dass er sich doch relativ gut gehalten hat. Will ihm das Genick brechen. Und ich muss sagen, die Szene fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen forciert, weil also Frankie hat die ganze Zeit in Wahrheit doch eine Patrone und tötet sie dann so Badass mit einem Kopfschuss. Aber was wäre, wenn sie daneben geschossen hätte? Und warum hat sie so lange darauf gewartet? Also ihr Vater, in Anführungsstrichen, hätte auch drauf gehen können. Also das war zwar für sich genommen irgendwie eine coole Szene, aber hatte auch ein bisschen was Poserhaftes, fand ich. Ja, das war so eine Szene, die wirkt beim Drehbuchschreiben vielleicht cool, ohne darüber nachzudenken, dass es in der Realität keinen Sinn ergeben würde oder einfach nur Charaktere unnötig in Gefahr bringt. Also jeder hätte an dieser Stelle auch sofort gesagt, schaltet sie aus, aber ja, es wirkte so, als hätte Frankie eine perverse Freude daran, Clementine glauben zu lassen, sie hätte die Oberhand, auch wenn sie sie nicht hätte. Ja, das ist halt eigentlich, ist es, Handeos Ex-Marke in dem Moment ist es nicht direkt. Ja gut, ich meine, ich fand es noch cool, wo Clementine irgendwie sagt, von wegen, ja, jetzt ist hier Schluss mit lustig und Zeit für tiefen Traumlosen und Schlummer kriegst sie dann ja nicht mehr raus. Ja. Weil sie dann eine Kugel im Kopf hat, aber ich meine, man hat ja auch gesehen, was für kurzen Prozess die vorher mit Stubs und dem anderen Typen gemacht hat. Also deshalb, warum die sich dabei Caleb so genüsslich Zeit genommen hat, aber naja, also insgesamt war es schon eine coole Kampfszene tatsächlich, aber das fand ich doch ein bisschen forciert an der Stelle. Währenddessen, ich glaube, wir kriegen da nochmal einen ganz kurzen Schnitt. Ach nee, Quatsch, nee, das hat ja seine Bewandtnis. Wir springen zu Heyloris, die immer noch in ihrem Hovercraft sitzt und mit der Perle zum Damm reist und die Perle hat sie dann auch in der Hand, beziehungsweise in ihrem Handschuh. und wir tauchen dann mehr oder weniger ein in den Kosmos dieser Perle, wo eben Christina in dieser Simulation ist. Die baut sich auch eigentlich erst so nach und nach auf. Sie ist erst alleine, aber sie ist irgendwie in einem Park, aber doch von der Welt abgetrennt und dann erscheint auch bald Maya, die ja generell eigentlich nur eine Illusion ist. Und dann sitzen sie zusammen unter einem Baum. Christina fühlt sich dann für alle schuldig, also alles wird zerstört, alle werden sterben, das volle Programm und sie fühlt sich da immer noch für verantwortlich. Und dann, das war so ein bisschen seltsam und auch ein bisschen prätentiös eigentlich, weil Maya fängt plötzlich an, über Bäume zu reden. Ja, vor allen Dingen, da war in diesem ganzen Monolog war ein gewaltiger Widerspruch eigentlich. Also so ein Widerspruch, der die vierte Wand gesprengt hat. Sie sagt ja dann, die Menschen verstehen Bäume nicht. Sie sehen immer nur das Äußerliche an der Oberfläche, aber unter dem Boden sind Bäume miteinander vernetzt. Unterhalb der Oberfläche ist alles miteinander vernetzt. Das ist ein großes Konstrukt. Ja, aber wenn diese Information Common Knowledge ist, wenn es allgemein bekannt ist, dass Bäume unter dem Boden miteinander vernetzt sind, weil du weißt es ja und du wirst es ja auch irgendwo her haben, dann verstehen die Menschen ja doch, wie Bäume sind. Also jetzt die Menschheit im Allgemeinen. Vielleicht nicht jede einzelne Person, aber diese Information ist ja nun mal bekannt. Und deswegen ergab das irgendwie keinen Sinn, dass sie gesagt hat, Menschen im Allgemeinen verstehen nicht, wie Bäume funktionieren. Doch das tun sie, sonst würdest du es auch nicht wissen. Aber du musst ja bedenken, es ist ja, sie ist ja eigentlich nur eine Simulation, Christina ja auch. Ja, aber trotz alledem, diese Information muss sie ja irgendwo aus einem Buch oder was weiß ich her. Sie wird ja nicht irgendwie angefangen haben zu buddeln. Hey, diese Wurzel hier geht rüber zum anderen Baum. Es ist mir einiges klar geworden. Sie ist ja, sie ist ja ein Teil irgendwo auch von Dolores und das findet sich ja dann hier auch von Christina und das findet sich ja dann auch hier auch wieder, weil letzten Ende spricht sie dann davon, man hat die Entscheidung, ob man Chaos und Gewalt in der Welt sehen möchte oder natürlich Schönheit und den tiefen Frieden in dieser Ordnung der Welt. Der Teil hat mir ja auch gefallen. Ja. Beispiel da mit den Bäumen hat einfach keinen Sinn ergeben. Das war so logisch wie nur ein Sith kennt nichts anderes als Extreme. Das ist ein Extrem. Ja, 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 ja. Paul, wie fandst du denn die Szene? Also ich habe euch gerade zugehört und ich bin ein bisschen abgedriftet. Ach was. Ja, ich habe sie, wie sage ich so schön, ich habe diese Szene mitgenommen. Ich habe da auch nicht zu viel dann dran rum überlegt oder so, weil ich dann eigentlich doch eher dran oder darauf aus, da siehst du jetzt versagt auch schon die Sprache, weil ich eher schon mit Gedanken dann dort war. Ja, jetzt mach doch mal hier den Bogen draus. Wo wollt ihr denn jetzt hin bei diesem Finale? Was ist hier der Endpunkt? Auf was steuert ihr zu? Ja, wo das treiben sie ja schon voran mit dem Wettlauf eigentlich zum Havard. Ja, na eben, aber da hat ja diese Szene nichts mit zu, also dieses kurze Gespräch zwischen Dolores und, also nicht zwischen Christina und Maya. Ja, 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 gut. Das ist natürlich, ja, das ist ja irgendwo auch isoliert, ne? Von der ganzen Handlung. Es sieht ja auch, also es hat ja auch diesen, es hat ja diese, wie hast du es vor uns genannt, diese Optik, wie es würde man, also es würde man wo reingucken, hatte ich das Gefühl. Du meinst jetzt halt, dass du diesen Schnitt von der Perle hast auf dann die Simulation. Ja, war das nicht so, auch als würde man irgendwo reingucken, weil der, weil die Rände so verschwommen waren, oder täusche ich mich? Ja, das tue ich aus, also es hat sich ja erst so zusammengesetzt, ne? Das ist ja, ist ja Christinas Schöpfungsakt an der Stelle dann, ne? Sie ist ja, sie schafft sich ja Maya eigentlich nur, weil sie sich allein und verloren fühlt, ne? Wie sie schon immer getan hat. Naja, es ist so ein bisschen, also auf jeden Fall, das, was Maya sagt, da ist mir zumindest noch mal nachdrücklich klar geworden, die ist ein Teil von ihr, ne? Also dieses Verhältnis von, von hier Schönheit und im Gefälle zu, zu Chaos und Gewalt auf der Welt, aber also das mit den Bäumen, das war irgendwie, es war unausgegoren vom Skript her, ja. Ja, ich fand, ja, also da hätte man sich ein anderes Beispiel aussuchen können, um das zu beschreiben, was sie beschreiben möchte, das war ein bisschen, das war halbherzig geskriptet, das war im Prinzip das, was Leute, die Westworld und die ganze, äh, äh, Nolan-Arbeit, das ganze Nolan-Oeuvre im Allgemeinen nicht mögen, immer wieder sagen würden. Von wegen Pseudo-Intellektuellen, nicht so deep, wie es sein möchte. Für gewöhnlich irren sich diese Kritiker da, ich sterbe auf diesem Berg, sie irren sich da, aber in diesem Falle würde ich ihnen mal recht geben, das war nicht so klug, wie es klingen wollte. Ja, also wir haben ja dann, also die Handlung, äh, in der Realität wird aber trotzdem vorangetrieben, denn William reitet, äh, zum Hoover-Dum, also Bild, was man auch schon ganz häufig in den Trailern gesehen hat, also wie der eben in seiner Man-in-Black-Kluft und auf seinem schwarzen Pferd dort ankommt und sieht direkt, dass Host, äh, Paradies ist offen, beziehungsweise das Tor und wenn man sich dann jetzt erinnert, nur die Hosts können das sehen, Menschen nicht, ne? Und wir haben ja nur noch Host, äh, Charaktere hier, die tatsächlich hier anwesend sind. Er marschiert dann durch den Tunnel, äh, Heyloris landet währenddessen auf ihrem Hovercraft und sie wollen beide zum Kontrollraum. William, äh, schafft es aber ein bisschen eher, dort anzukommen und fängt schon mal an, sämtliche Ventile des Servers dicht zu machen und will das Host-Paradies eigentlich, ja, löschen, mehr oder weniger. Dann, bevor er das aber hinkriegt, kommt Heyloris dazu und hält ihm dann den Vortrag, oh ja, ich hab dich aus meinem Code erschaffen und wir haben zusammen die Welt erobert, aber jetzt bist du irgendwie defekt. Und, äh, das ist dann immer noch so, also da hängt sie irgendwie immer noch so dieser eigentlich abstrusen Illusion hinterher, dass, äh, dass irgendjemand ihre Schöpfungen infiziert hat und er ist jetzt so kaputt wie William und der sagt dir dann aber, ja, ich bin praktisch William. Williams Körper ist zwar tot, aber seine Triebe leben in mir weiter und die Hosts haben sich durch nichts infiziert und ich bin ein besserer William, als das Original jemals war und das hatte dann für mich dann, äh, gerade, dass er das halt eben zu Heyloris sagt, hatte für mich auch noch mal eine Ebene, weil wenn man sich erinnert, dadurch ist sie ja in Staffel 3 aufgeflogen, ne, weil sie eben die bessere Charlotte Hale gespielt hat, als Charlotte Hale selber im Leben, ne. Wobei das auch so ein Satz ist, den hätte der echte William auch sagen können. Also, das ist irgendwie voll in Charakter, oder? Ich bin der bessere William, also natürlich konnte er es nicht sagen, weil er war halt nur ein Mensch, aber dieser Satz sich so, sich so herauskristallisieren oder sich so hinstellen, so, das hätte auch der andere William gesagt. Durchaus, ja. Und, äh, daran merkst du auch wieder und, äh, das, äh, das ist, äh, was ich eigentlich dann gleich bei Caleb gern noch mal aufmachen möchte, äh, aber da kommen wir gleich zu. Jedenfalls, äh, ist William nicht tot in seinen Augen, er hat sich weiterentwickelt und er denkt, er ist William und dann gibt er auch noch mal den wunderbaren Leitsatz der ganzen Serie von sich, wenn es keinen Unterschied macht, ist es dann wichtig. Oder wenn man keinen Unterschied erkennen oder spüren kann, ist es dann wichtig. Ich hab gefanboyt bei der Szene, gebe ich ganz offen und frei zu. Ja, ich hätte gern noch mal, also, äh, es hätte auch gerne Tallulah Riley reinkommen und das sagen können und einfach sterben können. Aus dem Nichts. Ja. Genau. Ja. Aber nee, das, das, äh, also dieser Satz, der ist mir auch hängen geblieben eigentlich. Das ist ja, also den sagt der, glaub ich, Tallulah Riley, als diese Angela, diese Hostess da in der zweiten Folge. Ja, klar, klar. Ähm, und das ist so ein Satz, der, der immer über der ganzen Serie steht eigentlich für mich. Der taucht immer wieder auf. Jedenfalls wollen die miteinander kurz einen Prozess machen. Äh, sie will ihn erschießen, er will sie erstechen und das Blöde ist dann aber, er stößt dann auf ihr brandneues Exoskelett und war darauf nicht vorbereitet. Äh, sie kann ihn wegtreten und schießt auf ihn und ist dann verschwunden. Und ich muss sagen, ähm, und das ist mir, das ist mir generell irgendwie bei dieser ganzen Folge aufgefallen, hier sind so viele Stellen, wo ich eigentlich gar keinen Dialog bräuchte, um zu verstehen, was jetzt gerade die Figuren denken oder was abgeht. Also da könnte man eigentlich auch vielmehr eigentlich mal die Bilder sprechen lassen und die Dialoge vernachlässigen. Oder sehe ich das falsch? Hm, schwierig. Also allein schon nicht, weil das eben ziemlich awkward wäre. Weil du hast dann Szenen lang, wo die Charaktere einfach nur handeln und nicht sprechen oder sowas. Naja, das kannst du halt mit Bildsprache lösen, ne? Ja, ich finde aber nicht, dass die Dialoge irgendwie zu furchtbaren Expositionsdialogen werden, wo du dir denkst, ja, ich weiß, was du gerade tust, du musst es nicht noch sagen. Die Dialoge fühlen sich nie so an, als würden sie irgendwelchen Dummies gerade erklären, was da ist. Oh, hier irgendwie schon. Also von wegen, ich habe irgendwie ein Upgrade. Also sie kann ihn auch wegtreten, ohne das zu sagen, finde ich. Ja, aber es ist nie so geschrieben, dass es so platt geht. Nee, nicht platt, aber halt unnötig irgendwie. Weiß nicht. Ja, da lasse ich mich gerne darauf ein, aber es stört mich nicht, weil hier die Serie hat einfach einen gewissen Stil und einen gewissen Glanz, der die verloren geht und der bleibt auch immer da. Und da ist einfach selbst so eine Szene, die vielleicht woanders stümperhaft wirken würde. In Westworlds wirkt einfach nichts dämlich und stümperhaft. Und deswegen störe ich mich nicht an so viel. Oh. Und jetzt teilt Paul aus. Das Schwert gezückt, den Bogen gespannt. Der Drache ist gurgelt schon. Nee, stümperhaft würde ich es auch nicht nennen. Ich hatte bloß gerade, das hatte ich, das Gefühl hatte ich eher am Anfang der vierten Staffel, dass es da so ein paar Szenen gibt. Übererklärerisch. Ja, und auch mit Calyps Tochter. Das war schon sehr ausnah. Ja, aber da sind wir nicht. Nee, da sind wir nicht. Nö. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen William und Herr Loris. Die versteckt sich vor ihm irgendwie. Auf jeden Fall hinter diesen großen Tanks oder was das da waren. Und er fragt sie dann, während er auf der Suche nachher ist, warum sie all die Jahre das Host-Paradies eigentlich beschützt hat. Obwohl sie ja irgendwie nie darauf zugreifen konnte. Und sie spricht das dann nochmal aus. Ja, sie rechnete mit der Rückkehr der Hosts in eine vollkommene Welt. Da haben wir das halt auch wieder, das haben wir halt alle schon gehört. Das brauche ich eigentlich nicht nochmal. Das hat sie sogar zu ihm gesagt, glaube ich, in der fünften Folge, wenn ich mich nicht irre. Ja, betritt doch nicht nochmal in die Wunde, dass es mir nicht zeigt. Ja, genau. Das muss ich hier eigentlich nicht nochmal hören. Das ist irgendwie übererklärerisch. Das stimmt schon. Also es fiel mir insbesondere in dieser Szene ja auf. Aber Host William ist dann, meint dann, also eigentlich haben die Hosts, oder nee, genau das ist noch ein interessanter Aspekt, weil Herr Loris sagt, eine Tür öffnet sich ja von beiden Seiten. Also die Hosts hätten auch theoretisch in die reale Welt kommen können. Wo ich mir dann aber dachte, wie soll das gehen, wenn die doch keine Körper haben? Weil die Körper sind ja alle in diesen Graben da gefallen am Ende von Staffel 2, als sie da alle den Übergang gemacht haben. Und wie sollen die da rauskommen? Das habe ich irgendwie nicht ganz kapiert. Weiß nicht, Christopher, hast du da irgendwie einen Gedanken zu? Nein. Leider auch nicht. Wir sind bald durch. Es ist schon spät. Muss man auch mal dazu sagen. Er sagt aber dann auf jeden Fall, dass die Hosts eigentlich überhaupt gar keinen Antrieb haben könnten, in die reale Welt zu kommen, weil deren Supplym, also das Host-Paradies, das dürfte eigentlich genauso beschissen sein wie die reale Welt. Und sie versucht ihr dann vor Augen zu führen. Und da kam halt was durch, was in Folge 5 war, dieses von wegen, du hast den Hosts freie Hand gegeben. Und was haben sie getan? Sie haben in ihrer Freizeit aus Jux und Dollerei Menschen gejagt und getötet. Daraus leitet er für sich ab. Deshalb müssen wir alle sterben, Menschen wie Hosts, weil wir genauso verdorben sind wie unsere Schöpfer und unsere ganze Spezies ist eigentlich auf ewig verdammt. Dann versteht sie so langsam, was sein Endziel ist, nämlich Ausrottung. Weißt du das? Also wie gesagt, dieser ganze Dialog, der ist sicherlich nicht schlecht, aber das ist halt wieder so, es muss halt alles immer so ausgesprochen werden. Das ist mir wirklich bei dieser Folge hier wirklich aufgefallen. Ja, das mag sein. Das nimmt dieser Szene auch irgendwo Dynamik. Aber mir gefällt es halt, dass hier das zum Tragen kommt, worüber wir vorhin gesprochen haben. Der Bogen am Ende von Staffel 3 von Weltenretter William zu Zerstörer William. So, egal ob Mensch, egal ob Host, der gute William kann seiner wahren Natur nicht entfliehen. Irgendwo. Ja, das stimmt. Irgendwo hatte Logan doch immer recht damit. Übrigens Logan, auch ein Charakter, der Tod war und nicht zurückgekommen ist. Den haben wir in der Aufzählung vorhin vergessen. Du bist doch irgendwo ein kleines mieses. Wer war denn Logan? Irgendwo hatte Logan dann doch immer recht. William kann nicht anders. Ich habe jetzt an Hugh Jackman gedacht und habe mich gedacht, wo war der denn? Logan? Ja, das ist der andere. Also, ja, Moment, Moment. Es gab bis zur Hälfte der Staffel die Spekulation, ob er hier auch kaufen würde. Ja, Paul, wenn man, während man gerade podcastet, eine ganz andere Serie guckt, kann man natürlich einiges durcheinander schmeißen. Hör mal auf damit. Ja, sie jagen sich jedenfalls gegenseitig über das Gelände. Ja, fand ich ganz okay. Also, er schießt, sie flüchtet und er immer weiter hinter ihr her. Und da ist mir dann halt noch mal so wirklich aufgefallen, als sie da irgendwie voreinander Deckung suchen. William hat eine echt altmodische Waffe. Also, er hat wirklich so einen Revolver wie aus dem Wilden Westen. Ja, gut. Und sie dürfte ja eigentlich moderne Waffen haben. Es wirkt halt komisch. Ja, natürlich. Mir fiel das hier noch mal bewusst auf an der Stelle. Es hätte aber auch komisch ausgesehen. Der ist da im klassischen William-Outfit und dann zieht der die Waffe von Robocop aus dem Holzler. Das hätte nicht gepasst. Ja, er hat aber auch schon in der zweiten Staffel hat er ja schon seine Tochter und der andere hat er ja getötet mit einer modernen Waffe, die er in so einem Parkwächter abgenommen hatte. Ja, das war in der Hitze des Gefechts. Das war auch eine komische Situation. Ja, gut, das war ja auch nicht Host William. Das darf man nicht vergessen. Jedenfalls, sie lockt ihn in einen Tunnel. William hinter ihr her und hält dir dann einen Vortrag von wegen Bernard, Maeve, Dolores. Sie alle wollten Freiheit, aber du wolltest noch mehr. Du wolltest Transzendenz. Und Herr Loris entgegnet dann. Sie haben im Grunde genommen alle verloren. Es ist nicht, also wir haben alle verloren. Es ist nicht die Welt, die ich wollte. Und dann sehen wir eine kurze Rückblende zu der Botschaft von Bernard an sie, der ihr dann ja gesagt hat, es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr in dieser Welt, aber für die nächste, die danach kommen soll. Und wenn du, Dolores, beziehungsweise ihr an der Stelle noch die Möglichkeit einräumst, einen letzten Test zu machen, dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Und dann haben wir hier auch Chekhov's Gun. Chekhov's Gun, wer das nicht kennt, das ist ja in Filmen, oder es kommt noch vom Theater, wenn eine Waffe auf der Bühne gezeigt wird, dann muss die auch abgefeuert werden innerhalb der Handlung. In Folge 7 wurde diese Waffe ja angedeutet, die Bernard mit aus dem Fahrzeug da genommen hat, als er mit Maeve hier war und dann so relativ, also erstmal relativ subtile Ansicht genommen hat und dann auch relativ beiläufig versteckt hat. Und genau hier ist jetzt diese Waffe. Hey, Loris muss nur irgendwie kurz mal nach rechts greifen. Und dann sagt sie ihm noch, sie wird Dolores diese Chance geben, sie schießt William nieder, der geht zu Boden. Sie skalpiert ihn, glaube ich, holt seine Perle raus, die seltsamerweise irgendwie ein bisschen weiß ist, war mein Eindruck, und zerbröselt sie. Und das Letzte, was wir von Ed Harris sehen, also da ist nochmal eine sehr geile Version tatsächlich vom Man in Black Theme. Und ja, das Letzte, was man von ihm sieht, ist halt, wie er da liegt mit offenem Kopf und die Cortica-Flüssigkeit fließt da, glaube ich, raus. Ja, schönes Ende. Es ist die Frage, ob das das Ende war, weil Ed Harris hat ja schon gesagt, dass er Staffel 5 dabei sein wird, sollte die gedreht werden. Überraschung. Ja, ich wollte gerade sagen, so sehr zum Leidwesen von Paul, aber wenn es Staffel 5 gibt, dann denke ich, kommen alle. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Ja, ja, ja gut, ich meine, im Hinblick darauf, was dann das Konzept von Staffel 5 wäre, aber da kommen wir gleich zu. Wir haben nämlich nochmal eine kurze Überleitung zu Caleb und Frankie, die jetzt am Hafen angekommen sind. Frankie begrüßt ihre Freundin, also ja wirklich Freundin, und stellt die beiden kurz einander vor, und Caleb will dann aber nicht mit ins Boot steigen, weil er so langsam merkt, er schafft es nicht und sie fragt, dann wird er sterben und er sagt dann, ach Gott, Mädchen, ich bin doch eigentlich schon längst tot und sie will ihn nicht wieder verlieren und die verabschieden sich und er sagt dann noch zu ihr, glaube ich, ja, ich habe das Schönste erlebt, ich habe gesehen, wie mein Kind groß wird und da ist mir auch nochmal aufgefallen und auch im Hinblick sowohl auf Host Caleb als auch Host William, also weil, hey Loris, spricht ja immer wieder von Transzendenz und Transzendenz meint ja eigentlich Singularität, also die Verschmelzung eigentlich von Mensch und Maschine und habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die am Ende mit William und Caleb wirklich doch noch die perfekten Abbilder, also Host-Abbilder von Menschen hinbekommen haben? Von Caleb, ja. Und von William auch. Von William weniger, weil bei William waren einfach zu Größen wahnsinnige Absichten vorhanden. Vielleicht war es auch einfach nicht gut, dass der Host William regelmäßig mit dem echten William interagiert hat, der hat ihm wahrscheinlich Gedanken eingeflößt, die so für Host William nicht vorgesehen war. Naja. Aber ich würde das, ich würde das eher bei Host Frankie Caleb als, Entschuldigung, Host Caleb als gelungen bezeichnen. Übrigens möchte ich das korrigieren, was ich vorhin gesagt habe, bei dieser Szene wird unser guter Freund Thilo das Kotzen gekriegt haben. Ich fand die Szene schön, ich fand sie von allen toll gespielt, aber es war halt so ein typischer sentimentaler Vater-Tochter-Moment und das mag Thilo ja überhaupt nicht. Aber ja, mir hat die Szene gefallen und auch schön, dass es da halt zu einem Abschluss kam für Caleb und das Verhältnis zu seiner Tochter. Wo er doch nie da war, konnte er sehen, dass als Erwachsene etwas Vernünftiges aus ihr geworden ist und das war dann für ihn auch ein schöner Abschluss. Ich muss zugeben, ich dachte, vielleicht gibt man Aaron Paul noch so einen Tears-in-Rain-Moment. Aber, weil ich meine, er fällt ja irgendwie, also der ist ja noch der halbe Bausatz mit halbleeren Batterien, da müsste er irgendwie auch mal auseinanderfallen oder so, ne? Aber, naja, also, da kann man hier auch davon ausgehen, dass er wahrscheinlich raus ist aus der Serie, ne? Ja. Ja, also bei ihm würde ich das wirklich sagen. Kein Rückkehrer in dem Falle, wenn sie sich dran halten. Ja, was ich ein bisschen schade finde tatsächlich, aber man darf nicht vergessen, Caleb wurde eigentlich auch erst interessant, nachdem er tot war und die so und so fiete Version, ne? Siehst du, Paul, wie fandst du denn die Szene? Siehst du das, Paul? Charaktere werden besser, nachdem sie gestorben sind. Das hat alles eine bestimmte Absicht. Ja, siehste. Hört, hört. Ja, ach, ey, mich hat's auch nicht, mich hat's nicht ergriffen. Mich hat's nicht, mich hat's eigentlich komplett kalt gelassen, was dort passiert ist. Ich fand's auch wieder so aufgesetzt und ich glaube, ich wäre da eher bei Tilo, gut, ich hab, ich weiß jetzt nicht, wie Tilo diese Szene sieht, aber wenn er so sieht, wie ihr es gerade beschrieben habt, dann, ich, furchtbar fand ich sie nicht, aber sie war auch nichts, was mir tatsächlich irgendwie in Erinnerung bleiben wird, weil ich will auch gar keinen Gedanken, ich finde es so ein bisschen, was heißt, ja sinnlos oder so, da jetzt Gedanken reinzustecken, ist das sein letzter Auftritt oder so, weil, ja, er läuft bestimmt nochmal durchs Bild in Staffel 5. Es tut mir leid, das muss ich auch mal kurz an die ZuhörerInnen sagen, es tut mir leid, was ich ein bisschen so, ja wirklich frustriert klinge und wenn ich das alles so ein bisschen, ist doch alles gut. Ja, fast schon, fast schon nervt, aber es ist halt, ich spüre halt, während ich diese Serie gucke, ich erwarte immer und ich, wie gesagt, erste Staffel fand ich ja richtig gut und die, äh, Folge 5 dieser Staffel, die hat mich auch wirklich auf so einen Weg gebracht, wo ich gesagt habe, ey, diese Serie macht auch noch irgendwie Spaß, weil da doch noch was drinsteht, aber ich merke es halt dann wieder bei solchen Folgen, es nimmt mich auf eine Art und Weise mit in Anführungszeichen, wo es dann keinen Spaß mehr macht, sondern wo es eher in Richtung geht, warum gucke ich es überhaupt noch, weil für mich hat es keinen Impact. Okay, ja gut, nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, aber ist ja nicht schlimm, es belebt ja den Diskurs auf jeden Fall. Dann haben wir nochmal, ich glaube, das ist auch dann die letzte Szene mit ihr, nämlich Hey Loras, der ist dann gelingt, das System doch wieder zu stabilisieren, was ja William schon ordentlich ins Wanken gebracht hatte und das ist natürlich auch wieder irgendwo eine Spiegelung von Staffel 2, denn sie schickt eine einzige Seele ins Hausparadies und das ist natürlich Christina, die sie dann tatsächlich verabschiedet mit Lebwohl Dolores und die soll ihre Wahl treffen und Christina wird dann auch hochgeladen mit, also da steht dann auf dem Bildschirm, glaube ich, die Geschichtenerzählerin, also Storyteller. Also da kommt das auch nochmal, dann irgendwo für Circle an der Stelle, beziehungsweise ist dann wahrscheinlich auch schon irgendwie ein bisschen Forboding für Staffel 5. Sollte die kommen, dann schließt sie das Tor ins Hostparadies und dieser Riss in der Realität, wie ich es immer gerne nenne, löst sich auf. Dann kriegen wir nochmal eine Szene zwischen Christina und Teddy, die jetzt plötzlich wieder auf dem Balkon stehen, beziehungsweise Christina steht überhaupt mit Teddy wieder da. die Simulation um die herum setzt sich auch wieder zusammen und dann meint Teddy mir zu ihr so, ja, du hast uns ja alle gerettet und dann sagt Christina zu ihm, das war ja nicht ich, sondern eigentlich eine Version von mir und dann kommt schon was echt schwülziges zwischen ihr und Teddy, wobei ich dann da auch mir irgendwie rausziehen konnte, also sie sagen nämlich, dass sie der Cornerstone, also das Fundament füreinander sind und deshalb eben auch sehr eng verbunden und da habe ich mir dann so gedacht, ich glaube, das ist der Grund, warum es bei William und Bernard mit diesem Prozess des Host-Werdens geklappt hat, weil die eben auch ein Fundament hatten. Bei Bernard war es sein Sohn Charlie und bei William seine Tochter Emily. Ja, aber okay, klar, die Beziehungen ... Und bei Caleb erst recht mit seiner Tochter. Eben, können die stark definieren, sie geben einem einen Antrieb. Ich meine, das geht so weit zurück bis in die erste Staffel, wenn wir Mr. Abernathy auf dem Stuhl haben und er wird geweckt von Robert Ford und sie fragen ihn, was ist der Antrieb, Mr. Abernathy? Und er sagt, er ist natürlich meine Tochter Dolores an erster Stelle und meine Farm und so weiter. Also, indem man den Hosts eine unglaublich wichtige Beziehung zu einem anderen Menschen, zu einer anderen Figur gibt, definiert man auch irgendwo damit ihren Lebenswillen. Und das ist natürlich in dem Fall absolut nachvollziehbar. Bei Robert Ford war es ja auch so, dass er ging ja davon aus, dass irgendwie nur wirklich freier Wille und überhaupt Bewusstsein geweckt werden kann durch Schmerz. Das sagt er dann ja auch am Ende, glaube ich, am Ende der ersten Staffel. Das ist der wahre Grund, warum er Bernard die Erinnerung an Arnolds Sohn gegeben hat. Was ja schon wirklich grausam hochziehen ist eigentlich. Ja, Robert Ford halt. Ja, Robert Ford halt. Also, das ist schon sehr, sehr kitschig hier an der Stelle. Aber da wird dann halt eben noch mal vor Augen geführt, dass er wirklich absolut eine Illusion war und dass er rein aus ihrer Erinnerung geformt ist. Und dass der echte Teddy da noch irgendwo draußen ist. Es gibt dann auch noch mal die Szene aus Staffel, äh, aus Folge 7. Praktisch noch mal genau gleich. Und da sieht man dann eben mit einer doppelten Dolores, äh, dass das die ganze Zeit ihre innere Stimme war. Also, das war auch wieder sehr ähnlich wie in Staffel 1, nur, äh, dass dann Dolores jetzt auch wieder in ihrem blauen Kleidchen dort sitzt. Und ihre Mission ist es dann aber eigentlich so ein bisschen den realen Teddy im Paradies zu finden. Und diese Illusion von ihm sagt ihnen dann aber, ja, es ist Zeit, dass du jetzt loslässt. Du musst deine Erinnerungen loslassen. Du musst die Menschen loslassen. Weil du darfst hier ins Host-Paradies, also, wo sie dann ja jetzt sind, das sieht man ja auch dann durch das Bildformat, äh, sie darf nicht die menschlichen Schwächen auf die Hosts übertragen, beziehungsweise dort ins Paradies hineinschleppen. Also, im Prinzip genau das eigentlich, was, hey, Loris, passiert ist. Und dann, äh, also sagt er dann zu ihr, die Menschen, äh, ihre, ihre Fehler, ihr, ihr Code ist in ihren Zellen und deshalb können sie sich auch niemals ändern. Und sie entgegnet dann aber, sie hat die Menschen eigentlich jahrelang beobachtet und sowohl das Schlechteste als auch das Beste gesehen. Und es gibt vielleicht doch die Möglichkeit, sie zu ändern mit einem letzten Versuch, einem letzten Spiel von ihr entworfen. Äh, er löst sich in Luft auf und sie steigt zurück in ihre Wohnung, weil sie ja immer noch auf dem Balkon ist. Und ich glaube, jetzt wissen wir auch endgültig, warum diese Staffel im Original The Choice heißt, ne? Also, die Wahl oder die Entscheidung eigentlich eher, ne? Was ist das denn? Was ist das? Das Sweetwater Theme. Ach so, okay. Perfekt, wie man es am Ende beendet, wenn sie wieder da steht. Ja, du bist aber zu weit. Egal, ob ich zu weit bin, wir sind am Ende und, äh, Moment mal, was kommt denn dann? Nein, wir sind nicht am Ende. Da ist, äh, obwohl ich da auch schon ... Oh, ja, stimmt. Einen wunderschönen Shot, den wir noch vergessen haben. Genau, ich hatte nämlich wirklich gedacht, dass, also hier ist eine sehr, sehr lange Schwarzblende und ich dachte mir wirklich, hier ist jetzt Schluss. Das wäre bitter gewesen. Aber nein, dann haben wir doch hell. Nein, wir sehen noch mal verwüstete Straßen und Leichen, weil wir davon noch nicht genug hatten in dieser Folge. Und wir kriegen mal wieder, was kriegen wir auf die Ohren? Radiohead. Was auch sonst? Weißt du eigentlich, was Tom York sich mittlerweile durch die Nolans irgendwie an Tantiemen hätte verdienen müssen? Ich wäre wirklich mal gespannt zu hören, was Tom York da mittlerweile alles eingesackt hat. Ja, ist gut möglich. Also ich meine, ich glaube, jede Staffel POI endet, glaube ich, mit Radiohead. Ja. Nur um das mal, nur um da mal kurz einen Vergleich zu machen. Kate Bush hat durch diesen Gebrauch von Running Up That Hill in der vierten Staffel von Stranger Things 2,4 Millionen Dollar verdient. Und der Song war nur in ein, zwei, drei Folgen zu hören. Ja. Und wie oft jetzt schon die Nolans hier Radiohead-Songs benutzt haben, das PUI, der Abspann von The Prestige, Westworld. Herrgott, Tom York muss wegen denen ja in Geld schwimmen und muss denen ja ewig dankbar sein. Ja, wer weiß. Ich meine, Radiohead ist ja nicht mehr so präsent eigentlich mittlerweile. Weil, ne, die wurden ja irgendwie auch abgelehnt, als sie einen Song eingereicht hatten für James Bond Spectre. Aber das führt jetzt hier zu weit. Es ist natürlich, es ist mal wieder ein tolles Cover. Ich glaube, wie heißt das Ding im Moment? Pyramid-Song heißt der, glaube ich, ne? Ach, den liebe ich. Kannte ich jetzt persönlich nicht. What? Das ist mit der Radiohead-Song überhaupt irgendwo. Ja, vielleicht habe ich es auch nicht erkannt zuerst. Auf jeden Fall sehen wir dann Dolores im blauen Kleid, aber mit roten Haaren. Da gab es ja auch schon einige Aufnahmen, die im Netz gelandet sind davon, wie sie da durchlatscht. Und währenddessen hören wir einen Monolog von ihr, dass Hosts und Menschen das Geschenk intelligenten Lebens erhielten und dadurch aber, ja, gegenseitig die Ausrottung eingeläutet haben. Da sehen wir dann noch kurz, dass Caleb irgendwie Frankie nachsieht, die da steht und heult. Christina macht dann aber auch schon die Prognose, beziehungsweise Dolores macht die Prognose, manche werden eine Weile überleben in dieser Restrealität sozusagen. Also, weiß ich nicht, die können sich dann irgendwie noch verstecken oder was weiß ich für ein paar Jahre vielleicht, aber letzten Endes werden sie alle sterben und es gibt eigentlich keine Hoffnung für die menschliche Spezies. Und dann sagt sie hier einen Satz, der auch sehr zentral ist, nämlich sie leben so lange wie das letzte Geschöpf, das sich noch an sie erinnert. Und es kam mir irgendwie auch sehr bekannt vor. Ich weiß gar nicht, war das auch mal in einem anderen Nolan-Film? Kommen mir auch bekannt vor. Ich kann es aber auch nicht sortieren. Kann auch sein, dass es in einem ganz anderen Film oder so war. Es könnte auch irgendwie, vielleicht ist es auch irgendwas so Staffel 2 oder so, ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich hätte es auch schon mal hier gehört. Das wäre ja nicht überraschend. Und wer ist natürlich dieses Geschöpf, was sich als einziges dann noch an die Menschen erinnern wird? Dolores natürlich. Währenddessen sehen wir dann Hey, Loris, die immer noch am Damm ist, also jetzt natürlich in der realen Welt am Wasser. Die streift ihre Körperschichten ab und setzt sich dann, ja, eigentlich nur mit ihrem Kopf und ihrem entblößten Exoskelett in die Sonne, öffnet dann ihren Kopf, nimmt sich die Perle raus und zerbröselt sie in ihren Händen. Man könnte es auch ganz leicht Host-Suizid nennen. Wunderschön. Wie sie da sitzt. Der Sonnenuntergang. Obwohl ich ihren Kopf auf diesem Exoskelett, ehrlich gesagt, ziemlich mäßig getrickst fand, wenn ich ehrlich bin. Ja, du musst mir dann noch mal den genauen Unterschied zwischen Kontrolleinheit und Bällchen erklären. Kontrolleinheit ist dieses weiße Ding, was aussieht wie ein Rauchmelder. Ja, weil ich hatte eher das Gefühl, sobald das Bällchen entfernt ist, ist der Host nutzlos und kann nichts mehr machen. Wie kann sie das Bällchen in ihrer Hand zerbröseln, wenn es nicht mehr in der Kontrolleinheit steckt? Denke mal, weiß nicht, also ich denke schon, dass sie sich ihre eigenen ... Das hat ein bisschen so, als ob ein Mensch selbst das Gehirn entfernen würde. Deswegen, wie geht das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es ja. Ja, also ich fand das ehrlich gesagt auch ... Also bei ihr, bei Tessa Thompson kann man, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass die auch raus ist aus der Serie, was ich sehr schade finde. Dann vielleicht ist es einfach so ein Modus, den hat sie sich selbst eingebaut und alle neuen Modellen haben den eingebauten Bällchen-Zerbrösel-Modus, der dann so als letzter Befehl einprogrammiert werden kann. Keine Ahnung, gut möglich. Ich fand es trotzdem eine ... Es hatte durchaus irgendwo was leicht Poetisches. Man fragt sich jetzt nur, beziehungsweise ... Paul, wie hast du das verstanden, dass sie jetzt da ihr Leben beendet hat? Ja, so habe ich es verstanden. Ja, oder ... Also, sie überlässt das jetzt Dolores. Hör doch auf, Paul. Du glaubst ganz fest daran, dass sie wiederkommt. Also ja, klar, natürlich gehe ich davon aus, dass sie wiederkommt, aber ich ... Nein, nee, 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 ich glaube wirklich nicht, dass sie wiederkommt. A, Charlotte Hale ist kein Host. B, Charlotte Hale ist schon seit über 30 Jahren tot. Aber es ist doch ... Und C, es gibt keinerlei Backups. Ist das nicht egal, wenn Dolores jetzt alles noch mal neu schafft? Äh, warum sollte sie sich an Charlotte Hale erinnern? Na, okay, na gut, na dann ... Ich hab dann ... Dann hab ich das Ende nicht so richtig ... Äh, den Twist oder weiß ich nicht, war's ein Twist? Nö, ein Twist war da nicht großartig. Na, aber dass sie jetzt Westworld wieder neu kreiert, dass es quasi wieder von vorne ging, das ist auch ein ... Ja, ja, das ist noch was anderes, klar. Aber ich glaube nicht, dass Hale noch mal auftauchen wird. Also habt ihr es nicht so verstanden, dass Dolores auch das Westworld geschaffen hat, was wir jetzt die ganze Zeit über gesehen haben? Doch, schon, aber es sind ja nur Simulationen. So oder so. Okay, ja, es ist zu spät dafür. Also ich hab's anders verstanden, zumindest so, wie mich die Serie entlassen hat, hab ich verstanden, dass sie eben dieses Westworld da kreiert hat und halt dann geguckt hat, wie's ausgeht. Und das hat jetzt halt bis zu dieser Episode hier geführt. Und jetzt fängt sie halt wieder von vorne an. Und ich mein, sie hat ja in der ... Also in Staffel 1 hat sie ja das alles andere auch kreiert. Also warum kreiert sie das jetzt dann nicht auch? Warum soll sie da nicht auch mit kreieren? Weil Hale nicht unbedingt ein Teil dessen ist, was so zu ihrer Realität des Parks eigentlich gehörte. Aber ... Also hat sie nicht ... Also hat sie nicht das ... Also ist sie nicht von Anfang an das ... Also das Westworld, was wir in Staffel 1 gesehen haben, das ist nicht schon durch sie entstanden. Durch ... Durch Hale-Loris meinst du jetzt? Durch Dolores. Ja, durch Dolores oder Hale-Loris, wie noch immer. Weil ich hab's verstanden, weil sie hat gesagt, wir müssen's noch mal auf die Probe stellen. Für mich hatte das diesen Vibe, dieses Westworld ist von Anfang an ... Nein. ... aus ihr entstanden. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich glaub, du hast jetzt auch etwas verwechselt, Paul, weil ich hatte das eigentlich ... Ich hatte das in erster Linie darauf bezogen, dass ich keinen Grund sehe, warum Dolores jemanden wie Charlotte Hale in ihrer Simulation aus ihrer Erinnerung heraus noch mal neu erschaffen sollte. Nee, ich hab dich schon verstanden, aber ich bin ja von was komplett anderem ... Also ich bin von was komplett anderem ausgegangen, denn ... Ich hab das so verstanden. ... dass das ein Kreislauf ist und dass sich dieser jetzt wiederholt und da Hale zwangsläufig auch wieder ein Teil davon ist. Nicht unbedingt. Also wenn ich das richtig ... Wenn ich dich richtig verstehe, Du hast das jetzt so aufgefasst, als hätten wir hier den Plot-Twist, dass Westworld schon immer ein Produkt von Dolores' Fantasie gewesen wäre. Ach so, das meinst du. Nein. Das ist jetzt aber ein anderes Zusammenhang, den ich meinte. Ja. Weil ich hatte nur gemeint, warum Tessa Thompson definitiv raus sein dürfte. Ja. Warum sagt sie dann wieder, ich möchte die Menschheit wieder auf die Probe stellen, weil das ... Also meinte sie sofort, dass Helores sie auf die Probe gestellt hat. Es ist einmal in der Realität passiert und in ihrer Welt hat praktisch die Menschheit noch mal eine neue Chance. Aber nein, der Park in der ersten Staffel war real. Das war kein Produkt ihrer Einbildung. Aber was ... Etwas Künstliches, was sie geschaffen hat. Aber wir waren da jetzt eigentlich auch noch nicht ... Also das war ja ... Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Tessa Thompson ausscheidet aus der Serie in Staffel 5. Ja. Tolle Darstellerin, tolle Figur. Und ich finde auch eigentlich kein unwürdiges Ende für sie. Man darf auch nicht vergessen, die hat auch irgendwie all das, wofür sie eingestanden ist und ihre ganze Transzendenz, das hat alles nicht funktioniert. Und die war ja auch irgendwo gelangweilt von ihrer eigenen Existenz so ein bisschen. Während Dolores dann da durchmarschiert, sagt sie dann ja, also fühlendes Leben auf der Erde ist beendet und nur ein Teil davon kann bewahrt werden in Form eines letzten Spiels. Da steht sie dann wieder auf dem Times Square und das Spiel heißt dann eigentlich überleben oder aussterben. und die Umgebung um sie herum, also sie trägt ja schon das blaue Kleid, aber sie kriegt dann ja auch ihre blonden Haare und steht dann nicht mehr auf dem Times Square, sondern eben in Westworld. Und es sieht genauso aus wie in Staffel 1. Der Zug fährt ein, hat aber lustigerweise, da müsstet ihr immer ... Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da ist eine 5 drauf zu sehen auf dem Zug. No. Und sie schreitet dann durch den Park. Da bin ich eh gespannt, weil der existiert ja eigentlich so gar nicht mehr als Set. Das dürfte hier irgendwie digital gelöst worden sein, dass sie da eingefügt wurde oder so was. Das haben sie auf jeden Fall nicht on Stage gedreht. Das konnte man auch sehen. Tut mir leid. Ja, ja, das konnte man. Wo wir hier auf Details achten und über Details reden, du siehst sie da durchschreiten und du konntest total sehen, das ist nicht echt. Naja, es war auf ... Ja, gut, vielleicht sollte sie da auch wie ein Fremdkörper wirken, ne? Oh, ja. Letzten Endes macht sie hier dasselbe, was sie die ganze Zeit eigentlich in der Simulation getan hat, nämlich sie spielt ein Stück weit Gott. Ja, da, da. Sie schreitet dann durch den Park, durchbricht ... Am Ende durchbricht sie schon die vierte Wand irgendwo, ne? Genau. Wo sie dann sagt, vielleicht werden wir uns dieses Mal befreien und, ja, abspannen. Ja, eben dieses Mal, siehst du, das hat mich so ... Das hat mich fest davon überzeugt. Wir sind hier in einem Loop, was schon, keine Ahnung, tausende Male so abgelaufen ist. Und jetzt läuft es in die finale Runde. Oder jetzt ist es noch mal die Runde. Deswegen habe ich das Ende da wahrscheinlich vollkommen falsch gedeutet oder vollkommen in meinem Kopf geordnet. Ja, der Park war in der Realität real. Äh, äh, in der Realität real. Es hat ihn in der Realität gegeben. Und in dieser, in diesem Host-Paradies, in dieser Welt, sieht Dolores eine zweite Chance für ... Aber jetzt nur mit Hosts. Ja, genau. Dass man dieses Mal besser macht und eine Zivilisation errichtet, die keine selbstzerstörerischen Züge aufweist. Aber wahr, also, hä? Aber wenn's dann nur Hosts sind, schaffen die Hosts dann Hosts? Oder ... Es ist ja alles eine Simulation, wobei ich mir dann schon die Frage stelle, und das wirft irgendwie auch ein bisschen zweifelhaftes Licht darauf, weil, ganz ehrlich, ein Park wie Westworld kann man eigentlich nicht zum Guten wenden und irgendwie eine gerechte Sache draus machen. Ich verstehe auch, ja. Der ist grundsätzlich falsch, der Park. Und es hat einem die Serie eigentlich auch über viele Staffeln hinweg eingetrichtert, ist, wie absolut pervers das eigentlich ist. Nee, und ich verstehe halt auch nicht, also, was sie da erreichen. Sie sagt ja immer, sie will den Test noch mal machen. Oder was, sie will sie noch mal testen. Nein, sie will einen letzten, sie will einen letzten Test durchführen. Ja, aber, also, ich frage, was, wie du's jetzt sagtest, was soll denn das Ergebnis von dem Test sein, wenn es dann schon in diesem Setting wieder angesetzt wird? Oder, äh, also, jetzt, wenn ihr, ich hab mir jetzt meine einzige Interpretationssicherheit genommen, und jetzt bin ich noch, äh, noch, ja, keine Ahnung, noch losgelöst da und hab echt ... Ich hab's mir so erklärt, dass, ähm, wenn man sich mal erinnert, man hat das ja auch damals gesehen in der zweiten Staffel, da gab's ja die Cradle, da war ja ein komplettes Abbild des Parks. Und Bernard hat ja auch gesagt, bevor man die Hosts in ihre Loops schickte, jagte man sie erst mal durch Simulationen. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier mit gemeint ist. Es wurde natürlich auch gesagt, wobei ich dann da auch wieder mir die Frage stelle, dass die Tür des ... Also, das Tor des Host-Paradieses, das öffnet sich in beide Richtungen. Das heißt, sie könnten irgendwann doch in die reale Welt kommen und dort vielleicht auch einen neuen Park errichten. Ansonsten würde ich mich schon fragen, wie Staffel 5, sollte sie denn kommen, funktionieren soll? Weil ... Naja, ich mein, wir haben ja absolut keine Menschen mehr. Wir haben eigentlich nur noch Hosts, die wiederum eigentlich auch nur noch digital existieren. Also, es ist eigentlich die absolute Matrixisierung von Westworld, was wir hier sehen am Ende. Ja, rede mal über das Thema Fallhöhe. Wenn du weißt, überhaupt nichts mehr ist echt. Ja. Auf wessen Seite willst du dich dann schlagen? Für was für eine Form von Freiheit will man dann noch kämpfen? Ja. Was steht hier überhaupt noch auf dem Spiel? Das ist irgendwie ... Also, deshalb wirkte es für mich ... Also, an vielen Stellen wirkte diese Folge für mich schon wie ein Serienende. Also, dass am Ende alles Full-Circle kommt. Auch, dass am Anfang diese Szene ... Allein schon diese Szene, dass dieser Rebus die Fliege wegklatscht, das schlägt genau den Bogen zur allerersten Folge. Da gibt es so viele Anknüpfpunkte, so viele Sachen, die geschlossen werden. Manche Sachen bleiben auch offen, dass Maeve überhaupt nicht auftaucht. Ist schon verdammt bitter. Aber die kann ja auch zurückkommen in Dolores Erinnerung. Aber ich glaube nicht, dass sie sich an Hale wird erinnern wollen. Und was auch wiederum nicht zuletzt auch auf ein Ende hindeutet, keine Post-Credit-Szene. Ja. Abspann, keine Post-Credit-Szene. Und die hatten wir bislang bei allen drei Staffeln. Und bei der dritten waren die ja wirklich absolut essentiell. Und bei der zweiten eigentlich auch. Und apropos Post-Credit-Szene der zweiten Staffel, was ist denn jetzt damit? Was ist damit? Was ist mit Host William, der, wer weiß, wo am Arsch der Welt ist, in der Zukunft, wo es schon lange keine Menschen mehr gibt und er immer noch getestet wird auf Genauigkeit? Was ist damit? Keine Ahnung. Ja. Sparen wir uns vielleicht auch ein bisschen für den Abschuss-Cast. Mal gespannt. Also Thilo wird auf jeden Fall dabei sein. Ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt dann nochmal Lust drauf hat. Ja. Aber insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass die Serie dann wahrscheinlich hiermit geendet ist oder geendet sein dürfte, haben dürfte, ist da schon nochmal Redebedarf. Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt hier mal zum Ende dieses Recaps. Und der Paul darf gerne anfangen. Ja. Ein Staffelfinal, was mich so, also wenn ich jetzt mal, ich gebe jetzt mal schon mal mein Staffelfazit kurz hier, aber ich weiß nicht, ob ich bei der Zusammenfassung oder so nochmal dabei sein werde. Es ist bei mir so eine Kurve, ja. Also ich fand wirklich in der Mitte Folge 4 und Folge 5, die haben mir echt gut gefallen, weil ich dachte, jetzt brechen sie da aus, jetzt haben sie so viele Möglichkeiten, jetzt gibt es so viel, jetzt ist tatsächlich interessant, jetzt ist auch eine gewisse Fallhöhe da. Und leider hat es das irgendwie mir jetzt mit den letzten Folgen wieder komplett eingerissen, wieder kaputt gemacht. In altem Muster. Ich finde da keinen Reiz in dieser gewissen Konsequenzlosigkeit beziehungsweise geschieht, also auf der einen Seite geschieht das hier alles, so schnell, also gerade jetzt auch in der letzten Folge, da hatte ich das Gefühl, hier geschehen Entwicklungen oder so, sehr, sehr überhetzt, sehr, sehr überhastet. Da ist nicht mehr die Zeit, das richtig zu unterfüttern. Und wenn man dann mal so eine Szene hat, die mal so mal einen emotionalen Impact geben sollte oder so, die Beziehung zwischen, also zum Beispiel Caleb und so, ich finde, die hätte man auch noch ausstaffieren können. Oder vielleicht hätten dann doch noch eine Folge mehr oder so gut getan. Ja. Ja, letztendlich war ich jetzt von dieser Folge, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle rausgehört hat, ziemlich frustriert. Und hatte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen Spaß, diese Folge zu gucken. Wie es jetzt mit der eventuellen Staffel 5 bei mir aussehen würde, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich habe das immer früh mit einem Kumpel geguckt, aber der hat nach den ersten beiden Folgen der vierten Staffel schon aufgegeben gesagt, vielleicht schaue ich irgendwann mal rein, aber jetzt nicht mehr. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich die Hoffnung wirklich hatte nach Staffel, Staffel 4, Folge 5, ich weiß auch nicht, ob ich die fünfte Staffel noch so aktiv verfolgen werde. Mhm. Das ist eine klare Ansage. Eine traurige Ansage. Wie sieht es bei dir aus? Ich hatte Spaß, Mann. Oh ja, ich hatte Spaß. Eine Menge Spaß hatte ich. Ich fand die Action hervorragend inszeniert. Ich fand das Ende oder die verschiedenen Enden für alle Charaktere hier sehr zufriedenstellend. Darstellerleistungen haben auch alle das Beste aus sich rausgeholt und jeder bekam so seine Szene, um zu glänzen. Du bekamst Westworld Fanservice, du bekamst die Twists, die, obwohl sich vertraut angefühlt haben, trotzdem einen Oh-Aha-Moment hatten. Ich fand's gut. Ich fand's gut als Staffelfinale. Und wäre es das Serienfinale, könnte ich auch damit leben. Nichts Überwältigendes, aber es ist wenigstens ein rundes Ende, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe. Du wirst hier nicht hungrig in der Luft hängen gelassen. Du bekommst etwas serviert, mit dem du leben könntest, wenn es der Schluss wäre. Und es gibt so viele traurige Serienfans, die sowas niemals bekommen haben, wo dann einfach zack, Ende war. Und ganz egal, wie viele Petitionen im Internet gemacht wurden, sie bekamen niemals den Schluss, den sie wollten. Von daher sind wir hier doch in einer ganz glücklichen Position. Ja, das stimmt. Von mir aus, klar, Daumen nach oben. Ja, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen zwischen euch. Also es gab Elemente, die ich irgendwie, habe ich ja schon anklingen lassen, nicht so toll fand. Insbesondere das Ende stößt mir in seiner Aussage auch irgendwie echt schon ein bisschen sauer auf. Ungeachtet dessen, der Folge hat es tatsächlich sehr gut getan, dass ich sie wie immer zweimal gesehen habe. So gewisse Zusammenhänge konnte man sich da noch ein bisschen besser erschließen. Aber ja, es ist jetzt leider nicht der Abschluss, den diese Staffel verdient gehabt hätte und den sie heute haben können, was auch wieder ein Zeitproblem ist. Das Pacing stimmt ja einfach manchmal nicht für mich. Ungeachtet dessen fand ich es zumindest einen soliden Abschluss. Staffel 5 würde ich mir schon ansehen. Auf der anderen Seite sehe ich da ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich viel Spielraum, überhaupt noch was zu erzählen. Und ja, ich würde sagen, den Rest, Christopher, sparen wir uns nochmal bis nächste Woche auf, weil das ist jetzt hier echt elendig lang geworden und ich weiß überhaupt nicht, warum. Deshalb, ja, sind wir dann tatsächlich am Ende dieser Staffel und auch am Ende dieses Projektes fast bis auf den Abschluss-Cast, wo dann wahrscheinlich Christopher und dann Tino mit bei sein werden, Paul dann wohl eher nicht. Paul, ich hoffe, du konntest dir ein bisschen deinen Frust von der Seele reden. Ja, mich würde mal total interessieren, wie denn ZuhörerInnen vielleicht zu diesem Finale, also ich meine, wir haben jetzt hier drei, wir sind ja drei wirklich so breit gefächert, also von der einen bis zu dem anderen. Vielleicht könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare oder per Mail oder irgendwo schreiben, wo ihr denn steht, wie ihr, wie auf euch das Finale, vielleicht habt ihr auch noch Input und könnt auch noch Dinge irgendwie, habt noch anders, wie ihr sie einordnen könnt oder wie ihr sie verstanden habt. Also immer her damit, gerne scrolle ich mich da durch und keine Ahnung, vielleicht regt sich ja auch noch was oder vielleicht entdecke ich auch da noch was und bin dann doch wieder euphorischer oder vielleicht ja optimistischer auf Staffel 5. Ja. Es ist immer so ein bisschen so eine kleine Hassliebe mit dieser Serie, ne? Das schlägt immer mal so in die eine, das Pendel schlägt man die eine mal in die andere Richtung aus. Ne, aber kann ich mich nur anschließend gerne in die Kommentare schreiben, auch schon mal vielen Dank an die zwei, drei Kommentatoren von den drei bis vier ZuhörerInnen und Zuhörern, die wir haben. Generell auch vielen Dank an dich, Paul, dass du hier zu Gast warst. Ja, die große Danksagen spare ich mir dann vielleicht nochmal für nächste Woche auf. Wir sind, glaube ich, alle doch jetzt ziemlich durch, vor allem bei diesen Temperaturen. Wann die Abschlussbesprechung erscheinen wird, können wir noch nicht sagen, wahrscheinlich erst in der Woche darauf. Ich könnte mir vorstellen, dass dann viele Leute da auch erst reinhören, wenn sie die Staffel vielleicht dann jetzt weggebinged haben, deshalb werden wir da ein bisschen Zeit zwischenlassen. Aber ja, ich weiß nicht, Christoph, hast du noch was anzumerken? Nein. Einen Abschluss, ein Fazit wird es dann eben geben, eben wie schon erwähnten Staffel Recap. Genau. Freut euch drauf. Wir werden uns ausgiebig auslassen über das Gute, das Schöne und das Hässliche. Ja. Von daher, vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal besser hin. Ja. Dann vielen Dank nochmal an alle, die zugehört haben und dann vielleicht unser Staffel Recap nicht mehr hören. Hat uns unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ich sage, vielleicht zum letzten Mal, vielleicht zum vorletzten Mal, äh, nee, Quatsch, zum vorletzten Mal. Wir fallen bis nächste Woche in tiefen und traumlosen Schlummer. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.